mit uns hast du gute karten genau von daher legen wir jetzt auch los viel spaß mit dem heutigen stream heute alles noch am stück von daher ja also wenn wir anfängt und dann legen wir mal los ja ja auch wahrscheinlich ja könnte man kann auch gerade ungerade machen dann machen wir einfach hoch dann machen wir hoch ich habe ein fünf das ist schon wirklich hoch also die vier nach immer noch hoch das ist höher und danach so entscheidend dann würde ich anfangen alles klar noch ein gutes match ja draw face stand by face und main face karten lesen sehr interessant ich ja kann ich durch kampung karten effekt wenn solange du eine karte in deiner spielwelt zone hast was du gerade nicht hast ja schade und ja der zweite effekt ist wenn du eine offene liegen hast kann ich eine karte wählen die du kontrollierst und die halt auf dem adk aber geben oder sie vom friedhof zurückholen richtig wenn sie im friedhof liegt genau genau ja dann setze ich noch eine mysteriöse karte und dann macht das auch schon wieder mit meinem turn alles klar dann darfst du gut dann gehe ich mal in die draw ja natürlich stand by face und main face ja ja das ist so das problem weiß nicht das ist witzig du weißt halt nie was du kriegst halt das ist ja auch echt interessant ich glaube aber dass ich erst mal so anfangen werde dass ich einfach erst mal ein monster setze gut ist alles ju-ju-spiel genau klassisches team set ne außerdem lege ich mal noch eine weitere karte ja ja noch eine zweite karte ok und dann würde ich erst mal nicht abgeben ja draw for turn stand by und main face ein karten lesen das was die wenigsten jubi spieler schafften karten lesen ich normale störe meine origami-göttern oha jetzt wird es interessant jetzt ist interessant irgendwas auf auf der sammeln von dir erst mal fein glaube ich erst mal fein dann würde ich mir gerne ihren effekt ansagen und zwar wäre mehr main face ich kann als eine münze werfen bis das ergebnis zahl ist und für je zwei kopf darf ich eine karte ziehen und jedes mal wenn der ein münzwurf besorgt aufgelöst wird auf dem spielfeld liegt verdoppel ich die htk von der origami genau von 100 was dann ja es war die nachdem auch wenn man wenn man wenn ich jetzt einen guten run habe ja für jedes kopf eine karte und jedes mal aufgelöst wird es direkt aufgelöst wird ja ok sp wäre natürlich gut gewesen aber ich glaube die hat ja die hat doch keiner gezogen glaube ich das hätte man es ist in ordnung haben wir du kannst würfeln einfach sagen zum beispiel gerade ist kopf ja genau gerade ist kopf und ungerade ist zahl ja das war es dann wurde dann würde ich mal versuchen in die battle phase überzugehen alles da dann würde ich meinen angriff deklarieren wollen verdecktes monster ja und dann rennst du meine postionär de novelts die hatte da 100 verteidigungspunkte mehr als dann krieg ich 100 schaden hier und den schaden geben wir ja auch mal so ich habe gerade vergessen den teilen uns verstanden haben wir noch mal nach aber ich glaube wir werden noch nicht die 40 oder 45 main phase 2 ja ich setze eine mysteriöse karte und würde die endfestigen alles da dann doch fähig ist ja das könnte jetzt recht witzig sein ich aktiviere einfach mal mit zwingerseelen schneewirbel ja die karte erlaubt es mir jetzt halt vorzuzeigen er bis zu ein finsternes erde und feuermonster das heißt ich kann man aussuchen habe ich jetzt eins von den dreien wenn ich habe oder auch zwei oder drei habe in dem fall zeige ich dir mal meinen pao sängermeister als erde und mein ufo licht als feuer monster vor und kann dementsprechend weil ich ja zwei monster vorgezeigt habe die ersten beiden effekte auflösen das erste ist ich für wieder mal 400 punkte schaden so dann könnte ich wenn ich wollte und hätte ein bezwingerseelen monster speziell beschwörung von meiner hand beschwören ja außerdem kann ich ja für den zweiten effekt 600 punkte schaden zufügen außerdem können bezwingerseelen monster die ich kontrolliere in diesem spielzug nicht durch karten effekte zerstört werden natürlich das heißt ich würde effektiv jetzt hat nur die 1000 punkte schaden einfach zufügen das mit dem beschwören dass ich aus das ist ein optionaler effekt also den muss ich nicht machen von daher tue ich das jetzt auch tatsächlich nicht und dann füge ich einfach nur die 1000 punkte schaden zu darauf würde ich gerne chainen ich würde dir gerne ein feuer monster zeigen gut dann kriege ich 400 punkte schaden um zufügen ja das ist okay okay gut dann darfst du weiter machen alles klar dann war ich ja schon in der main films da mache ich jetzt folgendes weil du ein monster der stufe 6 oder niedriger kontrollierst darf ich meine vermögende gottesanwäterin spezial geschwören ich glaube das ist so die killer karte das ist wirklich eine killer karte ja gut mach das mal die ist sehr big die ist wirklich ein bisschen größer ja okay genau dann außerdem das kann ich auch so machen würde ich einfach mal mit meiner portionär de novelle aber meine angst positionen wechseln natürlich und da möchte ich gerne in die bettephase eintreten natürlich da möchte ich gerne mit meiner portionär einmal deine origami-göttin angreifen ja dann kriege ich 600 schaden und da möchte meine vermögende berganbeterin einmal deine iaa angreifen für 700 punkte schaden jetzt muss ich mal eben kurz was gucken ok dann kommt jetzt folgendes ich aktiviere den effekt von meinem vattunfisch sollte als meine monster der kampfschaden zufügen darf ich den guten kollegen einmal als spezialbeschwörung von meiner hand beschwören ja so und dann würde ich auch gerne mit ihm aber nicht direkt angreifen wir müssen auch für 800 punkte schaden dann aktiviere ich jetzt den effekt von vattunfisch sollte er dir kampfschaden zufügen darf ich diese karte auf dem spielfeld und ein oder mehr nicht empfänger monster von meiner hand oder offen von meiner spielfeld seite als tribut anbieten um ein vatt synchromonster dessen summe hat in der stufe gleich der summe der stufe der auf dem friedhof gelegten monster entspricht und das mache ich indem ich mein vattunfisch mit meiner portion näher und meinem tao sängermeister einfach mal die jahre anbieter für stufe acht und beschwöre dadurch einmal meinen vatt kyuki ja das ist richtig denn er kann ich auch so grundsätzlich direkt angreifen deswegen werde ich das auch immer machen ich kräfte ich aber für 1600 punkte direkt an macht er einfach unsere technik kaputt ja ja der praktikant mal wieder ein bisschen aufpassen ja den schaden nämlich natürlich lady baki unter normalen umstellen wenn ich den als synchro beschwörung beschwören würde ist es richtig aber dadurch dass ich dann als spezial beschwörung den effekt des thunfisches beschwöre ignoriere ich quasi halt die materialanforderung für den watt kyuki von daher darf ich dann tatsächlich auch mit nicht donner monstern beschwören weil ich halt quasi hier die normale synchromechanik umgehe und dementsprechend auch die materialanforderung das kann ich jetzt leider nicht machen weil ich nämlich keinen donner nicht empfänger habe sonst könnte ich mich noch weitere synchro beschwörung machen aber in dem fall fällt das halt leider raus von daher werde ich jetzt einfach in die main phase 2 übergeben und dann mein spielzug erstmal beenden dann draw for turn standby und main phase 1 es gibt noch irgendwas was mich retten kann ähm besetzt seine karte ja und gehen die in phase alles klar dann draw phase natürlich stand by phase und main phase ja ja dann möchte ich gerne in die battle phase eintreten natürlich da möchte ich gerne mit watt kyuki dich ja mal direkt angreifen für 1600 ja nämlich gute karte habe ich auch gehört und dann möchte meine berganbieterin dich ja mal direkt äh dein monster mal angreifen ja 1800 aber geht dann ins extra weg weil es nicht enden monster alles klar dann main phase 2 und destiny draw for turn stand by main äh game 2 alles klar gute zweite nächste runde gott dann gehen wir das zweite ja die anbieterin ist wirklich gut die ist halt einfach die kommt auf das spielfeld einfach weil jedes monster was der gegner hat tendenziell im ersten zug auch beschwören kannst du einfach dann beschwören 2 3 ist schon echt gut ja also die am kontos anbieterin ist halt echt krass aber den das ist auch tatsächlich die einzige extra der karte die ich habe das verwandt monster aber ich das auch nicht theoretisch beschwören könnte aber ich habe tatsächlich noch zwei weitere monster die ich theoretisch beschwören können also ich habe ich habe wirklich ein paar opktionen ja also spielerisch kann ich ein bisschen was machen zum glück gut dann versuche ich jetzt noch mal anfangen alles klar auf ein gutes auf ein gutes zweites jetzt drofen denn bei main sieht ja fast so aus wie gerade dann aktiviere ich meine angelika und tragete meinen monstern damit auszurüsten was macht die karte die sagt also ist es nur mit einem monster aus dass ich kontrolliere und ich kann nur eine kontrollieren und in jedem spielzug wird der erste spell effekt den du aktiviert oder zauber effekt den du aktiviert das kannst du nicht machen weil das monster dass du ausgerüstet sein deswegen kannst du dir gerade okay alles gut ich wollte sagen da gab es doch irgendwie in einer einstimmten das recht steht damit drauf dann würde ich dann würde ich nur eine setzen und noch einsetzen und dann abgeben das klappt dann dabei face dann würde ich gerne mal meine karten scanner aktivieren wollen der besagt einmal pro spiel zu kann ich einen kartentyp in den monster zauber oder falle und dann zeigen wir beide die unterste karte unseres decks vor falls sie den deklarierten kartentyp hat können wir sie unsere hand hinzufügen oder müssen wir sie hinzufügen andernfalls legen wir sie auf unser deck auf unser deck ja und falls diese auf von der zauberen fallzone auf den friedhof oder zerstört wird durch den gegner dann darf ich dich eine karte von der hand und das deck legen lassen also von da solltest du dir gut überlegen ob du die karte zerstören möchten ja ich glaube nicht da möchte ich gerne aber den kartenscanner aktivieren und sage die unterste karte von uns ist ein monster okay dann schauen wir mal gut dann decken wir mal auf ich habe leider eine fallen karte das heißt ich habe auch eine feine karte dann legen wir sie beide auf das deck ja aber so weiß man zumindest schon mal ja genau das ist das gut an der karte man kann da geht also ein bisschen hat lesen ja das stimmt so das ist jetzt ein bisschen das könnte interessant werden ich werde mal eine karte verdeckt setzen ja ich rufe als normalbeschwörung mein wat tun fisch wat willst du tun kannst direkt angreifen wat tun fisch ja ja dann geht man die battle phase ja dann würde ich gerne mal mit 800 punkten direkt dann greifen ja perfekt oder kein effekt leider kann ich den effekt gerade tatsächlich nicht aktivieren glücker noch glücker ja dann gehe ich in die main phase 2 ja auch eine weitere karte setzen und dann erstmal nicht abgeben gut ja draw her turn karte stand by und main phase 1 die promokarte wird es übrigens einmal für den sieger des events geben und wir haben noch eine weitere kopie die wir dann unter den anderen teilnehmern die noch da sind verlassen werden ja ich würde gerne einfach in die belle phase gehen zu versuchen das klingt nach dem plan und dann wird tech geklärt den angriff lasse ich auch durchgehen und kassiere dafür achten und dann war es das alles klappt gut dann wo war sich da jetzt wohl gezogen stand by face und main phase dann aktiv noch mal den effekt von kartenscanner und sage erneut monster okay die darf ich meine hand hinzufügen und die kommt bei mir auf mein deck mal die kommt auf dein deck genau das finde ich jetzt schon wiederum ein bisschen interessanter das problem an der geschichte mein monster ist genau so stark wie du kannst das rein crashen aber ja dann zuerst gleich wieder ein monster bekommt durch deiner spell naja dann rufe ich als normal beschwörung meine iaa invasive außerirdische art und dann werde ich einfach mal direkt in die battle phase gehen und einfach mal mit meinem monster in deinem monster rein crashen natürlich beide ja dann werde ich in der main phase zwei noch eine karte setzen und dann an dich abgeben ich muss abgeben oh das würde ich sehr gerne gut dann das ist ja stand by face und main face natürlich dann aktiviere ich als erstes mal den effekt von kartenscanner und sage wieder monster gute karte dann dürfen wir uns das jeweils hinzufügen dass wir uns da dann aktiviere ich mal mein bad königreich ja die hat auch eine wunderbare wirkung solange das königreich draußen liegt kannst du keine effekte von monstern aktivieren die sich aktivieren wenn sie beschworen werden das heißt beschwörungsträger effekte kannst du halt nicht nutzen unter der voraussetzung dass du das monster eine gleiche spalte wie das watt königreich oder eines meiner watt monster beschwörst also solange sie einfach jetzt woanders beschwörst dann ist das halt safe genau außerdem kann ich ein watt monster wenn das ich kontrolliere und ein watt monster mit einem anderen namen als spezialbeschwörung von meinem deck beschwören dann verliebe lebenspunkte in höhe der angriffspunkte des beschworenen monsters und kann auch für den rest des spielzug ist und ob donner monster rufen ja aber das hat nur ein main deck monster ja ich habe die auch aber auch nur ein jahr deswegen ist das halt nur so bedingt hilfreich gerade dann würde ich einfach als normalbeschwörung meinen kennen den krieger drachen beschwören wollen ja gut seinen effekt aktiviere ich nicht in der weise keinen gen gezogen ich leider auch nicht und der wache nur in die battle phase und greife mit ken dem krieger drachen aber deine lebenspunkte direkt dann für 1300 punkte schaden so und dann muss ich weitermachen und aktiviere will ich das machen ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten ich warte tatsächlich noch damit sondern ganz ende der battle phase und dann aktiviert sich der effekt von ken und ergibt sich leider wieder auf die hand das muss ich nicht machen das kann ich nicht so dann in der main phase zwei was schön das habe sieht gerade nicht danach aus deswegen wenn nicht mein spielzug erst mal dann main phase eins ich setze eine karte hier und ich beende das sieht nicht gut aus gut dann war fest ja und main phase ja ich habe den kartenscanner und sage erneut monster ja oh ein watt thunfisch oh weder calacanum ja gut dann dürfen sie mal in der hand hinzufügen weder calacanum damit habe ich jetzt gerade am wenigsten gerechnet auch gehofft ehrlich gesagt ja gut du hast auf jeden fall den thunfisch das könnte natürlich jetzt gleich ein bisschen ärger bedeuten je nachdem was ich noch habe na gut dann mache ich erst mal weiter und rufe als normalbeschwung meinen kenn den krieger drachen macht das und warte mal ich habe doch noch das doch das ist auch nicht so gut ja ok gut könnte aber vielleicht helfen ja das problem ist nicht so wirklich was gut dann geht einfach in die bettephase 1 3 fertig mit kennen für die tausend oder direkt dann genau nehme ich dann mache ich das ne 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 das tue ich nicht ganz ende der bettephase effekt von ken der krieger drache da gibt er sich auf die hand zurück ja und dann muss ich auch schon wieder abgeben der entfällt dann einmal meine schnee wirbel aktivieren ja bitte gerne einmal nur feuer aber uns doch nicht zeigen gott vielleicht kassiere ich mal die 400 punkte schaden genau das ist okay gut dann drop a turn standby und main das wäre genultig ich glaube nicht dass da irgendwas draus gebannt wird also eher halt ein paar von den bösen normalen fallen karten aber die labren karten selber werden glaube ich nicht irgendwie eingeschränkt dann würde ich gerne eine karte setzen und beenden alles klar dann draw face irgendwann ziehst du deinen standby phase und main face ich sage nochmal in den karten ist keine ahnung sage wieder monster oh mein horus monster oh schon eine karte ja ich habe auch anders da ja gut muss das bei der hand hinzufügen ja dann ist das jetzt glaube ich ein wunderbarer zeitpunkt und mal meine bezwingerseelen schnee wirbelfalle zu aktivieren, weil dann kann ich dir nämlich jetzt ein Finsternes und ein Feuermonster vorzeigen, um dir noch mal insgesamt 1000 Punkte Schaden zuzufügen. Den Burn nehme ich. So, das Problem ist halt viele High-Level Monster auf der Hand zu haben, ist halt nur so bedingt. Ja, ich weiß, das kenne ich. So, was haben wir hier? Ich schaue noch mal, was ich so habe. Alles nicht so. Ja, viele Karten in der Hand, aber die wenigsten, die dann wirklich was halten. Ach komm, ich riskiere es. Ich riskiere es oder riskiere es nicht? Ach komm, ich riskiere es. Ich normalerweise schwöre Ken der Kriegerlacher und würde gerne mal in die Battle-Phase gehen. Ja. Ich greife mit Ken, aber dann verdeckt das Monster an. Aua, das tut ein bisschen weh. 1800. Gut, dann kostet mich das 500 Lebenspunkte. Genau. Autsch. Da ist der Drache doch ein bisschen größer. Yes. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2. Ich werde mal eine weitere... Ach so, erstmal muss ich ihn noch auf die Hand zurücknehmen. Ja, natürlich. Dann werde ich noch eine Karte setzen, wie gerade schon angesagt und dann würde ich erstmal an dich abgeben. Draw for Turn. Standby und Main. Ich aktiviere auch mal mein Königreich. Yay! Einfach nur um zu aktivieren. Einfach nur um zu zeigen, dass du es hast. Einfach nur um zu zeigen, dass ich sie auch habe. Hm, will ich den in den Text switchen? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich nicht. Ja, und gerade bei dir im Jahr, wir werden heute noch das Geek-Pick-Duelle spielen. Ja. Ich glaube, er hat auch seinen Kennaufwand, ne? Ich werde einfach nur normeln. Okay. Und dann würde ich gerne in die Battle-Phase gehen. Ja. Dann würde ich dich gerne für 800 angreifen. Ja, den Schaden nehme ich. Effekt kann ich leider nicht ansagen, weil das beides Empfänger sind. Oh, schade. Main Phase 2. Ja. Ich setze noch eine. Mhm. Und das war's. Alles klar. Dann Draw Phase. Ah, sechs Karten. Du musst noch nichts abwerfen. Hast du noch Glück gehabt. Standby Phase und Main Phase. Ja. Wow. Das ist jetzt genau eigentlich das, was ich wusste. Was du wolltest? Ja. Doch, doch. In mehrfacher Hinsicht sogar. Ich aktiviere mit Zwingerselen Schneewirbel. Ja. Ich zeige dir ein Feuer. Nochmal. Ein Finsternis. Oh. Und ein Erdemonster vor. Ach, auch noch. Aber direkt für drei. Ja, genau. Und ich füge direkt mal 1800 Punkte Schaden zu. Ja, den muss ich nehmen. Und dann zerstöre ich zusätzlich noch alle Monster auf dem Spielfeld. Das ist nämlich der dritte Effekt von dem Schneewirbel. Wenn ich dir drei Monster vorzeige, kriegst du 800 Punkte Schaden. Ah. Dann kann ich alle Monster auf dem Spielfeld zerstören. Ja. Wow. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Das ist halt wirklich extrem gut. Weil 1800 Punkte, die kriege ich jetzt wirklich problemlos auf das Spielfeld. Das mache ich nämlich jetzt folgendermaßen. Ich rufe als Normalbeschwörung Ken den Kriegerdrachen. Ja. Dann möchte ich gerne in die Battle-Phase eintreten. Ja. Dich mit Ken einmal direkt angreifen. Ja, muss ich dann nehmen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Hey. Ah. Die App reagiert schon wieder nicht. Ah. Ja, ich habe noch 500. Ja. Da. Passt. Genau. Und dann aktiviert sich der Effekt von meinem Watt-Tunfisch auf der Hand. Du hast dich wieder spezialgeschwimmen. Du kannst direkt angreifen. Genau. Und dann bin ich auch noch direkt an. GG. Genau. Schönes Duell. Ja, wirklich. Das hat Spaß gemacht. Okay. Vor allem bei der Tarai hat es aber tatsächlich rausgerissen. Das war richtig gut. Mit dem Burn und dann noch Karten zerstören. Das war wirklich insane. Das war richtig gut. Also ja. Okay. Ja. Schöne Runde. Genau. Damit hätten wir das erste Match für dieses Event durch. Wir gehen jetzt gleich in ein paar Mütchen. Ja. Ja. Schöne Runde. Ja. Also dann können wir das dritte Duell auch noch spielen würde ich sagen. Ja. Oder einfach so. Ja. Aber ich denke auch nicht das Spiel hinkenscheinbar. Spielen wir das dritte auch noch. Ja. Gerne. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt. Ich weiß gerade nicht wie dein Monster hieß. Das große da. Das am Set. Ja genau. Weil du die ganze Zeit einen Monster gecallt hast. Jetzt den einfach auf dem Feld bekommen wir auch wieder. Ja. Aber ja. Ich muss auch ehrlicherweise gestern. Ich habe mich ein bisschen selbst verbaut. Weil hätte ich jetzt noch die Patissille gehabt. Hätte ich sogar... Das sind die Zones alle zugegeben. Ja genau. Also das kommt bei mir zwar eher selten vor. Dass ich halt auch dann die Panels zu 100 voll belegen kann. Weil ich halt nur tatsächlich zwei Panelskalen habe. So. Ähm. Einfach nochmal hoch. Ja. Und eine Hand. Dann fange ich nochmal an. Alles klar. Auf ein gutes. Ah ok. Äh. Drawfames. Warum schon wieder? Stand by me. Boah. So. Das sieht mir fast aus wie nach dem ganzen anderen Mal. Ich weiß worauf ich sie in der Hand habe. Äh. Ich normalbeschwöre eine... Ein... Ja. Ein außerirdischen Art Monster. Und tatsächlich gebe ich dann auch schon wieder. Alles klar. Dann äh. Drawfames. Ja. Stand by face. Oh. Main face. Oh. Das ist sogar richtig cool. Ich aktiviere meine Pendelskala. Weder Calacanum. Ja. Und in meiner anderen Pendelskala aktiviere ich Potionaire de Novelle. Pendelbeschwörung. Wooo. Oh. Insane. Ja. Pendeloschokan. Doppel Watt Thunfisch. Insane. Ja. Jawoll. So. Da möchte ich gerne auch mal in die Battle Phase eintreten. Ja. Ich greife dich mit beiden Watt Thunfischen einmal direkt an. Für 1600 Punkte Schaden. Effekt vom Watt? Auch noch? Ne leider nicht. Dafür fehlt mir noch ein weiteres Monster. Auf das Spielfeld. Hier wird die hinlegen können. Ach ja. Stimmt. Weil das ist ja einfach Pendelbeschwörung. Ja. Richtig. Genau. Aber ich kann in der Main Phase 2 meine beiden Monster überlagern. Oh. Jetzt kommst du. Stimmt. Du hast gesagt. Du hast noch Exusmonster. Zum Beispiel. Was gibt es denn da? Den sternengleichen Ritter habe ich noch. Was macht er? So. Mit ihm kann ich ein Material abhängen, um ein Lichtmonster als Spezialbeschwörung aus meiner Hand zu beschwören. Und falls er sich im Friedhof befindet, kann ich ein Lichtfee-Monster der Stufe 4, wenn das ich kontrolliere, ihn Spezialbeschwören und dann das direkte Monster als Material runter hänge. Ja. Coolie. So. Dann werde ich jetzt noch eine ominöse Karte setzen. Und dann habe ich abgeben. Draw for turn. Stand by und Main Phase 1. Und ich normal schwöre Kennen. Ja. Dann würde ich mal versuchen in die Battle Phase zu gehen. Okay. Wird ich einen angeklarieren? Ja. Okay. Dann wird deine zerstört bei der 1900 Punkte. Ach. Ich habe 1600 gelesen. Alles gut. Den Schaden nehme ich. Ja. Ja. Das war dumm. Okay. Main Phase 2. Sorry. Der Effekt von wie da Kalakadum aktiviert sich. Sollte einmal pro Kette ein oder mehr Monster zerstört werden, bekommt er drei Zellmarken und sein Pendelbereich wird um die Anzahl Zellmarken erhöht. Okay. Gut. Das heißt, er kriegt jetzt drei Zähler. Ja. Ja. Main Phase 2. Ah. Der geht sofort. Am Ende der Battle Phase geht er direkt auf die Hand zurück. Ja. Okay. Dann geht er noch auf die Hand zurück. Und dann darfst du. Alles klar. Da kommt nichts mehr. Gut. Draw Face. Stand by Face. Natürlich. Main Face. Komm ich helfe dir mal ein bisschen. Ich aktiviere Karten Scanner. Wieder für Monster. Ich aktiviere seinen Effekt für Monster. Genau. Gut. Gucken wir was ich bekomme und was du bekommst. Ah. Ein Uferlicht. Und ich bekomme ein Schneewebel auf mein Deck gesetzt. Gute Karte. Ja. Dann gehe ich einfach nur in die Battle Phase. 1,9. Und greife dich genau mit 1,9 direkt an. Gut, 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 gut. Dann bist du dran. Draw for Turn. Stand by und Main. Oh. Kann ich irgendwas machen? Dann kann diese Karte. So Zeugs. So Zeugs. Ne, das einzige was ich mache ist, dass ich eine Karte besetze und in die Endface gehe. Alles klar. Dann Draw Face. Ja. Was habe ich da wo gezogen? Stand by Face. Ja. Main Face. Effekt von Kartenscanner. Ich sage Monster. Was ist da? Oh. Lilla Wrap. Und ich habe meine Trump. Die Testiner Falle. Ja. Oder eine von den Testiner Fallen. Eine von den Fallen. Ja. Dann gehe ich nochmal in die Battle Phase. Ja. Und greife mit meinem Ritter einmal dein ominöses Monster an. Zack. Tau. Oh. Und da kann nicht durch Kampf zerstört werden. Richtig. Genau. Wie Karte sagt. Genau. Wenn es gerade gegen einen Monster kämpft, können beide nicht durch Kampf zerstört werden. Genau. Und wenn der in Grave gehen würde, könnte ich ein Illusion Monster Special. Aber ich glaube nicht ihn selber. Genau. Genau. Außer ihn selber. Ja. Alles klar. Dann muss ich schon wieder abgeben. Draw for turn. Gut Karte. Stand by Main. Soll ich das jetzt hier versuchen oder nicht? Ja. Ich versuch's einfach mal. Normale Schwörer. Yay. Die Origami Götte. Auf ein neues. Ja. Ich würde gerne ihren Effekt ansagen. Alles klar. Dann würfel mal wieder. Äh ja. Gerade für Kopf. Genau. Gerade für Kopf. Und gerade für Zahl. Das ist dir nicht gegönnt heute, wa? Gut. Das hat's natürlich dann schon wieder erledigt. Ja. Äh. Wie viele Karten hab ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das geht noch. Äh. Ja. Ich möchte auch mal eine Karte setzen. Um eine Karte zu setzen. Und dann war's das auch schon wieder. Alles klar. Dann das. Ja. Was ich da jetzt wo gezogen habe. Stand-by-Face. Und Main-Face. Dann nutze ich mal wieder den Effekt von Kartenscanner. Das Monster. Und sage erneut Monster an. Boah. Toothish. Nein. Der Toothish. Oh oh. Der bedeutet Ärger. Ja. Ich hoffe. Gut. Dann geh ich in die Battle-Face. Ja. Und greife mit stärkengleicher Ritter deine Origami-Göttin an. Ganz viele. 100 Schaden. Dann kommt der Effekt von Weder-Kalakano. Er kriegt wieder Zellmarken. Jetzt ist er bei 6. 1. Und dann. Tja. Gebe ich ja nicht ab. Draw for turns. Stand-by und Main. Jetzt muss ich einmal eben lesen. Ich denke, dass das so geht. Sonst musst du mich korrigieren. Er aktiviere mein Vatyrischer Kampf. Protter. Protter. Ich sage ja, ich beschwöre bis zur Lichtmanster Stufe 3 dann niedriger als Schlichtzahlbeschwörung vor meiner Hand. Das heißt, ich darf ja auch eine beschwören. Nur eins beschwören. Genau. Solange sein Lichtmanster Stufe 3 dann niedriger ist. Richtig. Dann würde ich einmal meinen Kennen nehmen. Mhm. Der andere Effekt ist jetzt irrelevant, weil ich zwei hätte beschwören müssen. Genau. Zwei mit dem gleichen Grundtyp. Dann hätten sie in diesem Spielzug sogar direkt angreifen dürfen und könnten nicht durch Kampf zerstört werden. Dann würde ich eine Tributbeschwörung machen. Oh oh. Zack. Der wird dann suchen. Ah. Tributbeschwörungen gehen aber nur in offene Angriffsposition oder verleckte Verteidigungsposition. In mein UFO-Licht. Mhm. Du kannst dich jetzt hier für Karte-Effekte wählen, außer wenn der Battleface. Ja. Und wenn die Karte gehen, dann können beide nicht durch Kampf zerstört werden. Mhm. Wenn die Endphase ist, kann ich eine Karte ziehen. Dann muss ich eine beliebige Anzahl an Karten von meiner Hand mindestens eine verbannen. Und die erhält für jede Karte 500 ATK. Okay. Tatsächlich würde ich dann in die Endphase gehen wollen. Ja. Dann den Effekt ansagen. Mhm. Eine Karte ziehen. Und würde dann vier Karten verbannen. Und den ein bisschen ... Ein kleines Büsschen. Ein bisschen groß machen. Ein kleines Büsschen groß machen. Auf 3500. Autsch. Dann darfst du. Vor allem die ATK-Albögen ist ja permanent, ne? Ja. Das ist ja richtig frech. Also ich habe schon überlegt, die Karte metaphysisch zu spielen, aber den jetzt mal auf das Spielfeld zu bekommen... Ja, genau, das ist das Problem. Ich konnte jetzt wegen dem Specialen das erst mal machen. Dann darfst du... Da ist Draw Face. Hab ich da wohl gezogen. Stand by Face und Main Face. Effekt von Kartenscanner. Monster? Ja. Ah, die Vermögen der Gottesambiente. Die hat 2300, richtig? Ja, aber die kommen dann nicht an deinem Monster vorbei, ist das Problem. Habe ich da noch etwas anderes, um das ein bisschen zu umgehen? Das nicht, das nicht. Ja, das wird jetzt natürlich interessant. Moment, der bekommt nur ATK, ne? Der bekommt nur ATK. Geil! Was kommt denn jetzt? Das ist richtig gut. Nein, ich glaube nicht. Aber... Dein Bossmanster haben. Aber... Da muss ich ein bisschen jetzt... Ah, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Das hilft mir nur nicht so wirklich. Nicht direkt. Ich werde tatsächlich meinen stemmengleichen Ritter in die Verteidigungsposition wechseln. Ah ja, das ist echt gut. Es können halt beide nicht durch Kampf zerstört werden. Du kannst Schaden bekommen, aber... Ja... Ja... Ja, ja, ja. Da, 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 da... Ja, okay, das hätte mir tatsächlich nicht wirklich was gebracht, weil er nicht durch Kampf zerstört werden kann. Das ist ja wie so ein Illusionsmonster. Ja, genau. Illusionsmonster. Ja, okay, dann hat sich das sowieso erledigt. Ähm, ja, dann muss ich mein Spielzeug erstmal beenden. Ähm, die Karte sagt ja einfach nur während der Endphase. Ja, also kannst du das auch während beider Spielzeug machen. Ja, also versteht das ja auch Dinos, ne? Da würde ich in Endphase nochmal den Effekt machen, eine Karte ziehen. Würde dann nochmal 3 verbannen. Oh, ho, 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 ho. Jetzt würdest du es aber wissen, was? Jetzt ist der auf 7. Dann Draw for Turn. Äh, Stand by Main. Setz dich einer. Äh, so, wie groß ist der denn jetzt? 3500 Punkte stärker, also gerade bei 5000. Würde ich in die Battlephase gehen wollen. Jawohl. Und wieder einmal dein Monster angreifen. Ja. Dann wird mein Ritter leider zerstört. Ja, die können nicht zerstört werden. Ach, stimmt, die können beide nicht zerstört werden. Richtig, du kriegst nur Schaden. Wenn ich jetzt Wohnsanlangdosposition hätte. Richtig. Dann macht er keinen Durchschlag und dann kaum Schaden. Richtig. Dann war's das. Deswegen ist das so semi-gut. Gut, dann. Endphase. Effekt? Ja. Eine ziehen. Und du musst eine verbannen, ja. Aber die werden auch vom Verband, ne? Die werden auch vom Verband, ne? Äh, tut, tut, tut. Ah ja, einfach nur Verband. Ja, dann werden die offen Verband. Sorry. Die werden halt nicht verdeckt Verband. Ich muss mindestens eine Verband, okay. Ja. Dann würde die nochmal, ja, hier würde die gerade. Ja, gut. Und hier hatte ich jede Menge, jede Menge nicht relevanten Karten. Bulg. Bulg. Einfach Bulg. Gut. Dann. Drawface. Step-by. Ja. Main. Ja. Ah. Effekt vom Kartenscanner. Ich sage Monster. Stimmt man es auch, mein Deck ist ziemlich klein, halt. Ja, ja. Drei. Hm, interessant. Bitte nicht Trap und Drei zeigen. Durch Karteneffekte kann die zerstört werden. Ja, das wäre natürlich jetzt richtig. Das wäre wirklich witzig gewesen hier. Okay, das wäre natürlich jetzt, okay, das passt nur so semi gut. Dann werde ich einfach nur eine Karte setzen. Ja. Und an dich abgeben. Äh, in der Endphase. Ich gehe einmal meine Weiche aktivieren. Das kannst du nicht tun, weil ich nicht drei Monster kontrolliere. Achso, musst du drei Monster kontrollieren? Ah, sorry. Ja. Alles gut. Der letzte Satz. Ja, ich habe nur die erste Karte gelesen. Ich bin nämlich schon genau vorhin wegen dieser Karte gefragt worden. Achso, okay. Deswegen wusste ich noch, dass man die Karte aktivieren kann, wenn ich dann mindestens drei Monster kontrolliere. Dann würde ich nur in der Endphase UFO aktivieren. Ja. Die Karte ziehen und verbannen. Und dann nochmal. Oh, 500 Punkte pushen. Genau. Das ist die fünf hier. Ist das fünf? Ja. Äh, Draw for Turn. Ja. Oh Gott, mein Deck ist so. Ja, das wird einem Deck-Out hier. Ja, wahrscheinlich. Aber ich kriege dein Monster auch nicht weg. Du brauchst halt ein anderes Monster, was den hat er zerstört. Ja, und der hat tausend. Äh, dadadadadadadadadadada. Das finden wir gar nichts. Das finden wir gar nichts. Das habe ich wahrscheinlich nicht so oft machen sollen. Äh. Ich möchte nur abgeben. Ach, das wird ein Deck-Out, glaube ich. Etphase Effekt. Ah, ich muss den ansagen, ne? Jaaa. Scheiße. Ja, du das. Ach, ich hab gleich keinen Draw mehr, das ist deins. Genau. Ah, Mann. Ja, GG. Ich muss in der Endphase ansagen, dann hab ich gleich nichts mehr zum Ziehen. Ja, genau. Ich drückte aber vorher nochmal die tausend Punkte. Ja, ich drückte nochmal tausend Punkte Schaden. Einfach, weil's geht und dann... Egal, es war schön, den auf dem Feld zu haben. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Okay. Alles klar. Ja, gut, dann... Spaß gemacht. Genau. Dann gucken wir mal, wie weit ihr vorne bei uns im Laden sind. Machen wir eine kurze Pause und dann geht's gleich dann mit der zweiten Runde weiter. Viel Spaß noch beim Zuschauen. Alles klar. Und dann sieht man sich vielleicht nachher nochmal. Ciao, ciao. Alles gut. Mit uns hast du gute Karten. Ich mach einfach Hallo. Wir spielen hier Sneakbeak Runde 2. Das ist Andrew. Ich bin Ole. Und ja, wir gucken mal, was so dabei rauskommt. Also es wird wahrscheinlich so mäßig Goat gespielt. Wirklich hast du oder... Ach, warte mal, wir haben ja... Das ist super, super. Mach mal hoch ein. Sechs... Dann willst du wohl starten. Dann würde ich auch wahrscheinlich starten. Ja, dann würde ich die Runde starten. Ja, dann auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Okay. So... Das ist natürlich jetzt nie so gut, ne? Ähm... Ich würde erstmal eine Karte setzen. Mhm. Und dann noch eine Karte setzen. Mhm. Und dann gebe ich erstmal ab. Dann würde ich ziehen. Jo. Und dann gehe ich in die Standby-Face. Ja. Main-Face. Jo. Ich setze mal eine runter. Mhm. Und dann würde ich eine Facetown setzen. Und dann bist du dran. Gut, dann ziehe ich eine Karte. Ja. Ähm... Puh. Dann würde ich sagen, machen wir... Normalbeschwörung Rosen-Papillon. Mhm. Die hat einen wunderschönen Effekt. In der Main-Face kann ich... äh... Aktivieren. Und dann kann ich eine Stufe 7 Monster als zusätzliche... Tributbeschwörung machen. Ja. Dann hat die noch einen anderen Effekt, ne? Die kann ich direkt angreifen, ne? Ne, oder nicht? Nur wenn du ein anderes... Ja, genau, genau. Kontrollierst. Ähm... Ja, dann gehe ich mal in die Battle-Phase. Ja. Und dann würde ich mal mit 1,4 deinen Monster versuchen anzugreifen. Da habe ich meinen Tau-Sänger-Meister. Genau. Das ist ein Illusionist-Monster. Und... Bedeutet also, der kann Monster nicht durch Kampf zerstören. Und kann auch nicht durch Kampf zerstört werden. Äh... Und wenn der auf den Friedhof gelegt wird, dann könnte ich... Ein weiteres Illusionist-Monster vom Friedhof spezialbeschwören. Außer ihm selber. Das ist äh... Ich glaube, der hat dann 100. Okay, dann kriegst du aber keinen Schaden. Ne, ich krieg keinen Schaden. Gut. Dann äh... Geh mich schon wieder ab. Ja. Dann zieh ich mal, ne? Mein Gott. Ähm... Dann gehe ich in die Stand-by-Face. Ja. Dann gehe ich in die Main-Face. Ja. Du einen Fisch normal beschwimmst. Ach nö. Also, der sagt... Ähm... Ach, und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster von meiner Hand oder offen von meiner Spielfeld-Seite als Tribut anbieten. Und dann ein Watt-Synchro-Monster mit der passenden Stufe der Stufen, die ich tributiert habe. Ja. Als spezialbeschwören. Super. Dann würde ich in die Battle-Face gehen sollen. Ja. Mach das mal. Dann attackiere ich dich einmal direkt mit meinem Butt-Toon-Fisch. Die 800 nehme ich. Dann ziehe ich dir doch mal 800 ab. Jetzt hier, ihr Illusion Butt-Controll oder was? Ich habe aus Versehen 80.000 eingegeben. 800 ist das. Und dann gibt es doch hier diesen Wundervoll. Ja, dieser schöne Juni. Und dann würde ich an dich abgeben. Ziehen wir eine Karte. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir Main Phase 1. Ja. Dann würde ich auch meinen Watt-Toon-Fisch normal beschwören. Oh, solide. Solide, solide. Ähm... Dann gehen wir erstmal in die Battle-Phase. Ja. Dann würde ich erstmal mit Papillon dein Monster angreifen. Für 600 für die Schwabe. Und dann gebe ich nochmal direkt, dann bist du bei Kriegs 1. 4. Dann gehe ich runter. Auf 6. 6. Genau. Und dann, äh... Gib ich ab. Ja. Dann ziehe ich. Ja. Ähm... Dann gehe ich in die Stand-by-Facts. Ja. Dann gehe ich in die Main-Facts. Dann aktiviere ich meinen Dealer-Rap. Na, aber auch nicht. Einmal pro Spielzug. Falls ich ein oder mehr Monster als Spezialbeschreibung von Friedhof beschwöre, außer während des Damage-Stabs, füge ich dir 1000 Lebenspunkte Schaden zu. Und dann bekomme ich 500 Lebenspunkte. Ja. Schöne Karte. Mhm. 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 Dann würde ich als nächstes aktivieren wollen mein Synchron-Rollen. Ich darf also jetzt ein Drache Synchron-Monster der Stufe 7 oder 8 oder ein Empfänger-Monster in meinem Friedhof wählen. Dann als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition beschwören. Dann kann ich keine Spezialbeschwörung vom Extradec durchführen außer Synchron-Monster. Genau. Und dann kann die noch falls ein oder mehr Drache Synchron-Monster der Stufe 7 oder 8 oder ein feuerroter Drache, die ich kontrolliere durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden, kannst du stattdessen diese Karte vom Frito verbacken. Ja, mach das mal. Dann würde ich meinen Wattunfisch wieder zurückholen. Ja. Und dann krieg ich nochmal 1000 Schaden. Und du kriegst mehr 1000 Schaden. Genau. Und dann kriegst du 1000 Schaden. Das ist frech. Ja, das ist ganz cool. Und dann würde ich mir 500 dazu geben. Dann würde ich als Normalbeschwörung meinen Rosenpapillon beschwören. Och nö. Ist das soweit fein? Ja. Dann würde ich den Effekt nutzen, um eine Stufe 7 oder 8 in der Stufe 7 oder höher Monster als Tributbeschwörung zu beschwören. Ja. Dann würde ich beschwören wollen meinen brennenden Drachen. Och jetzt gehts los hier. Also ich kann den auch Spezialbeschwören, was mir gerade irgendwie nicht eingefallen ist, weil du kontrollierst nämlich 2 oder mehr Monster. Ich kann diese Karte Spezialbeschwören beschwören. Genau und falls diese Karte normalerweise Spezialbeschwören wird, kann ich eine Zauberkarte abwerfen und dann alle Zauber und Fallenkarten auf dem Spielfeld zerstören. Auch deine? Ja. Okay. Dann würde ich in die Battlefest gehen wollen. Ja, mach das mal. Ja. Und dann würde ich gerne einmal deinen Watt-Tonfisch angreifen. Für, was sind das? 800, das sind 2, das sind 1, 7. Und 7. 1, 8. Ja. Ich sehe nichts gescheites auf der Hand. Das ist keine. Das. Was kann der? So schön ist alles. Okay, das ist nicht so besonders. Na ja, so. Erstmal machen wir so. Und dann geben wir ab. Ja. Sonst ziehe ich. Stimperface. Mainface. Und dann machen wir so. Jetzt geht's los. Ja. Stack. Und dann nochmal mit dem einen Angriff. Na ja. Das reicht. Seht ihr auf oder unter Stack? Auf Stack, ok. Ja. Dann gehe ich in die Mainface 2. Ja. Setz eine verdeckt. Und dann bist du dran. Dann ziehe ich eine Karte. Ja. Ach ja, das war jetzt. Ist das ein Manutorial Effekt? Ne, ist egal. Hab ich jetzt schon gesagt. Dann würde ich sagen. 2, 5. Flip Summon. Zurgekehrter der Testina. Falls sich diese Karte in der Hand befindet, kann ich ein Testina Monster wählen. Und die als Beschwörung, als Spezialbeschwörung beschwören. Bla bla bla. Und ja. Sonst macht es eigentlich gar nicht so weit. Ok. Ich habe nämlich die falsche Karte gesetzt. Hätte ich gar nicht so machen sollen. Aber ist egal. Dann machen wir. Komm, die setzen einfach mal an der Karte. Und dann bist du dran. Ok. So zur Frage noch eben. Ich habe schon gezogen. Kann die sonst irgendwas besonderes? Ne, gar nichts. Die könnte sich nur specialen, wenn ich ein anderes Testina Monster auf dem Feld kontrolliere. Achso. Ja. Aber ja. 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 Dann würde ich denke ich direkt mal Richtung Battleface gehen wollen. Ja. Und ich spiele mal sicher. Ich greife mal mit meinem brennenden Drachen deinen Facetown an. Das ist der Gefallen. Und dann mit dem einmal für 700 Damage. Ist das recht? Aber ja. Ja. Ich habe mein Deck halt Going Second gebaut. Warte ab. Ich muss einfach nur die goldene Key Karte ziehen. Dann mit dir alles hier. Da Gula No More oder sowas. Ja. Genau. Evenly. Ja. Da bist du dran. Ist jemand eine Karte? Ja. Hm. Ist schlecht. War nicht so der Key meinst du? Ne. Nicht so. Das kann nicht durch Battle zerstört werden. Das ist alles schlecht. Sagen wir Stand by Main. Battleface. Ja. End of Battle. Mainface 2. Du weißt, ich habe hier Judgement liegen. Setze ich eine Karte. Okay. Soll ich die setzen? Oder soll ich die? Ja. Setz die. Und dann setze ich noch eine Karte und dann bist du drin. Verdächtig. Draw for turn. Ja. Stand by Main. Mach mal. Mach mal. Dann gehe ich in Battleface. Ja. Tag. Da kommt nur ein Bannon-Monster. Das geht auch aufs Extra Deck. Und dann für 1, 2. Nehme ich. Nehme ich. Na klar. Gehst du auf 2, 4 runter. Und dann bist du dran. Hm. Dann setzen wir eine Karte in der Mainface weg. Hm. Ja. Gutes Play. Und dann werden wir mal ein Spielzug. Cool. Draw for turn. Läuft. Stand by Main. Ich würde mal als Normalbeschwörung bestimmen. Ach stimmt tatsächlich. Warte mal. Okay. Du hast gerade meinen Monster angegriffen. Dein Tau kann ja auch keine Monster zerstören. Ach jo. Stimmt. Was war denn da? Das war der Justina hier. Lag im Attack. So war er glaube ich eigentlich. Ja genau. Irgendwie so. Dann werdet ja auch nicht so krass. Völlig fein. Du hättest ihn wahrscheinlich in Def gedreht. Genau. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gut. Dann werde ich jetzt meine Origami-Gürttin nochmal bestimmen. Och nö. Jetzt kommt hier Würfeln oder was? Der Münzwurf tatsächlich. Hier haben wir auch einen Coin. Hier sind so Chips. Ah ok. Perfekt. Ich würde sagen der Kreis ist Kopf und die Pappe ist Zahl. Ja. Machen wir so. Dann würde ich jetzt so lange eine Münze werfen bis ich Zahl treffe. Genau. Und dann dürfte ich für jedes zweite Kopfergebnis eine Karte ziehen. Und für jedes Münzergebnis wird die verdoppelt. Genau. Immer wenn ich Kopf treffe. Ne immer. Egal wann. Wenn du Zahl treffst oder Kopf treffst. Jedes Mal, dass ein Münzwurf-Effekt ausgelöst wird. Aber es ist ja ein Effekt. Ach so. Das ist ein Effekt. Dann ist das Kopf. Ja. Das nochmal. Das ist eine Zahl. Das war dann nicht so politisch. Dann ist die auf 200. Machen wir mal so. Eins dahin. Dann gehe ich in der Link 2. Ach so. Link 2. Ach so. Ach so. Ne die laufen nicht. Irgendwie ist das im Stream. Sieht man gerade hier. Die sind nicht korrekt. Ja genau. Ja. Ach so. Das ist klar. Wenn es gegen Monster kämpft. Wenn es gegen Monster kämpft wird der Kampfschaden verdoppelt. Den du bekommst. Ja. Und während der Stand-by-Phase des nächsten Spielzugs nachdem die Karte durch Kampfer-Karten-Effekt zerstört und auf den Frieden aufgelegt wurde. Kann ich sie als Spezialbeschwörung beschweren. Okay. Ja. Und ich darf jeden Effekt von der nur einmal pro Spielzug benutzen. Ach jetzt ist es. Jetzt ist es? Jetzt ist es perfekt. Gut. Dann würde ich jetzt in die Battle-Phase gehen wollen. Ja. Dann möchte ich deine Mysterious-Facedown-Karte mit meinem Drachen angreifen. Dann hast du meinen IAA. Ach so der. Irgendwas. Keine Ahnung. Der macht auch nicht wirklich was. Der kann glaube ich nur nicht durch Kampf zerstört werden, solange ich eine Spielfeldshaberkarte kriege. Genau. Ist ja nicht der Fall. Dann mit ihr. Dein Tristine. Da würde ich auf Angriff-Deklaration tatsächlich was machen. Ja. Missklang der Tristina. Oh Gott. Falls ich einen Tristina-Monster kontrolliere, kann ich eine Karte in deinem Friedhof wählen. Und verdeckt verbannen. Oh. Ja dann. Da würde ich sagen. Machen wir den Watt-komischen Wachvogel da. Oh nicht den Fisch. Verdeckt wird die verbannt. Das ist nochmal. Oh ja. Noch stärker. Hier. Kastierer. Ja. Und dann geht die. Und dann ja. Mach dir noch 1-2 Damage. Ja. Nimm mal mit. Das ist ja jetzt wieder funktioniert. Ja. Jetzt bist du bei 1-4. Ja. Dann deiner. Ziehen wir eine Karte. Ja. Jo. Da haben wir nicht mehr so viele Möglichkeiten wahrscheinlich. Aber dann machen wir einfach mal. Äh. Ja. Setzen wir mal wieder eine Karte in der Main-Face. Und dann gehen wir wieder ab. Ja. Drop for time. Ja. Stand by Main. Jo. Ja. Dann Battle-Face. Mit 2-5. Und dann mit 1-5. Dann bin ich tot. Ja. Das war's dann wohl mit meinem. Weißt du wie man das hier zurücksetzen kann. Äh. Oben machst du. Du machst das hier. Und dann machst du Reset. Ah. Sehr cool. Dann weiß ich das beim nächsten Mal. So. Dann mal das Side-Deck, ne? Side-Deck rausholen. Ja. Jetzt werden die da cool aus. Und ich bin nicht gesided. Ich habe ja gesagt, ich habe eh schon Goings Decken gebaut. Ach so. Okay. Dann müsste ich eigentlich die First gehen lassen, ne? Ja. Auf jeden Fall solltest du mich First gehen lassen. Ne. Ich glaube das ist nicht so eine gute Idee. Dein komischer, obwohl ja, dein Drache. Dein komischer Feuerdrache. Der ist echt Go Second. Mein Tau kann keine Monster zerstören. Ja. Das war gerade die Situation. Ach. Das Illusion des Monsters. Ja. Das war die Situation. Ach. Das mit dem Würfel. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Wir haben gerade auch so gemacht. 1-2. Ja. Wir haben 1-2-3 ist Zahl und 4-5-6 ist Kopf gemacht. So haben wir dann gemacht. Kannst du natürlich auch gerade und gerade machen. Aber ja. Das ist im Endeffekt ja die gleiche Prozentzahlschance. So. Wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt mal gut ziehen, ne? Mhm. Ein Kombo ziehen hier. Dann würde ich noch versuchen anzufangen. Du darfst gerne anfangen. Auf ein gutes Zweites. Auf ein gutes Zweites. So. Au, au, au. Läuft. Läuft. Ähm. Das kann das. Dann würde ich erst mal eine Karte setzen. Mhm. Und dann noch eine Karte setzen. Und dann bist du dran. Zieh mal eine Karte. Yes. Ähm. Dann würde ich normalen Beschwerungen gen machen. Mhm. Der kann ja die Defekte mit dich beschwerdigen kennen und dann irgendwie zwei Karten ziehen und eine Karte abwerfen oder sowas. Ist fein. Ja. Dann machen wir erst mal Flip Summon. Oh. Und dann machen wir eine Exis. Oha. Ganz wilde Plays hier. Eine Exis Panzerungstorpedo. Ja. Der kann zwei Karten abhängen, eine Karte ziehen könnte der. Mhm. Aber der kann nur so lange angreifen, solange der Material hat. Mhm. Dann würde ich jetzt mal in die Battle Phase gehen. Mhm. Dann mit 2,5 etwa dein verdecktes Monster gehen. Nein. Da sagt er nein. Da sagt er nein. Das ist gemein. Das hat sich gereimt, ja. Das ist ein Effekt, ne? Das ist ein Effekt. Ich glaube, das ist ein permanenter Effekt. Okay. Ja, das ist cool. Da kannst du nicht diesen Krug drauflegen. Einen Krug? Ja, dieser Kaiju. Achso, nee. Das geht nicht, nee. Dann würde ich abgeben erst mal. Ja, drauf verteilen. Stand by Main. Ja. Da kommt der Wattfisch wieder. Der Wattunfisch. Ich denke nach. Ja. Ist schön. Dann gehe ich in die Battle Phase. Ja. Für 800. Nimm mal, nimm mal, nimm mal. Der Schaden, den ich gleich kassiere, ist zwar höher, aber... Ist egal. Passt schon. Dann wird schon funktionieren irgendwie. Ich will den ja eh wieder mit der Spell raus holen. Und dann... Mir die ganze Zeit Burn geben. Dann geht's los. Gibst du dann wieder ab, oder? Ja. Das ist mal in der... Das Ende von meinem Term. Weil ich die verfluchte Rottpuppe bezogen habe, darf ich die Spezial beschwören. Das darfst du. Zack. Dann würde ich sagen... Mal ein bisschen Control hier, oder was? Dann würde ich erstmal meinen Rosenpapillon als Normalbeschwörung beschwören in der Main Phase. Mhm. Und dann würde ich in die Battle Phase gehen. Ist fein. Ähm... Dann würde ich erstmal mit 1,4 über deinen Wattpuffisch gehen. Dann nehme ich... 600. Genau. Und dann würde ich Lobrede des Reichs aktivieren. Ich wähle ein Monster von mir und ein Monster von dir. Mein Monster wird zerstört und dein Monster wird negiert. Negiert? Ja. Imper. Puh. Ja. Dann würde ich meinen Monster zerstören. Und dein Monster wird negiert. Und dann greifen wir mit Ben an und der ist dann weg vom Fenster. Und dann gehen wir in die Main Phase 2. Und dann End Phase Effekt von ihr, die geht aufs Deck zurück. Wenn die da in diesem Spielzeug hingelegt wurde. Mhm. Und dann bist du dran. Ja. Dann zieh ich mal. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Dann gehe ich in die Stand by Face. Mhm. In die Main Phase. Mhm. Mhm. Set eine. Und set eine. Ja. Und dann bist du dran. Und ziehen wir den Monsieur Versiccator. Das darfst du. Effekt. Ach wie toll. Das ist ganz cool. Ja. Wir machen eine Schwörung von ihr. Ähm. Haben wir denn schönes zum extra Deck noch. Beschwör mal zwei extra Deck Monster bitte. Zwei extra Deck Monster? Nee das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann machen wir Main Phase 1. Normalbeschwörung Wattoon Fisch. Mhm. Dann gehen wir in die Battle Phase. Mhm. Dann machen wir mal safe und greifen mit 2,5 der Monster an. Genau. Und dann für 2,200 direkt. Was kann der als Effekt? Wenn ich irgendwie Schaden hinzufüge, ne? Kann ich dann einen Watto Monster und einen Nichtempfänger als Zumut anbieten und dann einen Spezialbeschwörung machen. Aber das ist... Unrelevant. Dann setze ich eine Karte. Mhm. Diese Column. Mhm. Und dann gebe ich ab. Dann so. Hm. 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 Standby. Main Phase. Hm. 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 Ich bin gleich wohl dabei einfach wieder zu setzen. Eine zu setten. Dann sette ich noch eine mysteriöse Karte. Mhm. Und dann bist du dran. Zieh mal eine Karte. Mhm. Dann machen wir Main Phase 1. Yes. Dann machen wir eine Tributbeschwörung. Mhm. Auch ich. Für Aria ist die Labyrinth Ballerin. Aha. Ja. Die hat den Effekt. Ich kann während der Main Phase 1. die abwerten. Und dann eine Falle direkt setzen von meiner Hand. Und die kann ich auch direkt aktivieren. Mhm. Oder ich könnte ein Labyrinth Monster von meiner Hand speziell beschwören. Mhm. Vom Deck. Vom Hand. Genau. Genau. Und wenn du deinem Gegner eine Karte, eine Effektreaktion auf deine Karte oder Effektaktivierung einer normalen Falle oder Labyrinth Karte aktiviert, kann ich die vom Friedhof beschwören. Mhm. Also nicht auf meine Fallenkarten reagieren. Das ist sehr wichtig. Nein. Dann gehen wir in die Battle Phase. Yes. Gleich mal mit 2,5 an. Ja. Und dann nochmal für 2,3. Mhm. Mhm. Und dann bist du dran. Und dann bist du dran. So. Stand by. Main Phase. Wie viel habe ich noch? 2,9? Ja. Hm. Set 1. Pesteln. Dann ziehen wir eine Karte. Mhm. Dann machen wir Normalbeschwörung. Ähm. Vogel. Typ. Reptilmonster. Ähm. Ich könnte jetzt. Ich muss meine Karte noch einmal lesen. Du kannst die Karte auch nicht mehr. Dann geh mal in die Battle Phase. Jo. Ähm. Dann greifen wir dich direkt an. Dann gehe ich runter auf 2,1. Dann würde ich den Effekt. Oh. Jetzt habe ich mir 2,1 abgezogen. Äh. Plus 1,3. Jetzt. Möchten den Effekt vielleicht. Ne. Ne. Mach mal nicht. Jetzt jetzt overextenden. Ja genau. Ne. Mach mal nicht. Gehen wir mal für 2,5 wo der verdeckt ist. Und dann für 2,1. Äh. 3,1. Direkt. Mhm. Das ist dann. Gang. Ja ich hatte Waboko gesided. Aber ich habe den nicht gezogen. Ich habe echt gedacht. Ob man vielleicht sogar einen Side-Tech bauen kann. Ne. Ich hatte nicht mal genug Karten für mein Main-Tech. Ich musste irgendwelche normalen Monster reinhauen. Damit ich nichts zu beschwören habe. Ja. Ich hatte nur so Schlangen-Augen-Spell-Traps. Und keine Karten von denen. So wirklich. Und ähm. Ja. Für Teresina richtig viel. Und was hatte ich noch? Ähm. Für diesen Z-Arc. Für dieses Pendel-Thema. Mhm. Die Traps. Naja. Das war echt äh. Echt nervig. So. Ja. Genau. Es ist nicht peak gewinnend. Und ja. Ich war beim Frise. Beim Friseur. Und. Ich habe mir meine Haare schneiden lassen. Muss mal wieder sein. Das Schaf muss mal wieder geschoren werden. Oh. Ich habe meinen Pendel-Monster nicht reingemischt. Cheat. Ich glaube das ist auch die letzte Karte die du sehen willst. Fast. Kommt auf die Situation an. 1-8-Dev können schon mehr dann. Das stimmt. Tatsächlich. So jetzt letzte Runde. Ja. Jetzt ist alles entscheidender. So. Dann wünsche ich dir nochmal viel Glück. Ja wünsche ich dir auch. Und dass du nicht Bricks deine Kombo ziehst. Weil es geht ja hier um die Spielmatte und eine Promokarte also. So. Dann fange ich an mit in den Drawface. Habe ich meine Brautpuppe gezogen? Ich glaube das kannst du nicht machen. Weil. Ich hatte ja im Vorfeld mit Marcel gesprochen. Der meint das geht durch. Weil die gezogen wird. Ich muss nur in der Drawface ansagen. Okay. Weil ich hatte nämlich hier. Ein Kollege fragt der meinte das geht nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Wir können ja mal den Dirk fragen wenn du willst. Dann drück mal auf den Knopf. Ist das der hier? Ja. Habe ich noch nie gemacht. Jetzt ist der entscheidende Moment. Ding Dong. Ding Dong. Na gut. Also ich weiß es nicht. Also eigentlich normalerweise würde ich auch sagen dass es geht. Aber mir wird gesagt dass es nicht geht. Weil der Effekt sagt der nicht. Außer in der Drawface. Weil die Karten. Es gibt ja so die Karten die sagen alle. Außer in der Drawface kannst du die nicht. Also deswegen würde ich sagen das geht auch. Ja genau. Aber das ist einmal gut zu wissen. Das sind vielleicht so eine Effekte dann halt. Das kommt bestimmt das eine oder andere Mal heute noch auf. Genau deswegen. Das ist ganz wichtig zu fragen. Ich glaube sie haben gerufen. Worum geht es denn? Wir wollen wissen ob die verfluchte Brautpuppe sich spezial beschwören kann in der Drawface. In Turn 1. Genau wenn er die gezogen hat. Wenn 5k an die gezogen werden. Und ja Häuser bauen wir auch hier. Auf jeden Fall. Wir haben genug Ziegelsteine. Hallo. Die Herrschaften haben Fragen? Wir haben die einfache Frage ob die sich in der Drawface vom Turn 1 beschwören darf. Weil die sagt ja nicht außerhalb der Drawface. Genau. Du ziehst ja erst die 5 Karten auf. Und wenn du sie auf der Starthand hältst. Dann ziehst du sie ja nicht erst während der Drawfphase. Sondern du hast sie ja schon längst auf der Hand. Also von daher aktiviert sich die Turn 1 halt tatsächlich nicht wenn du sie auf der Starthand besitzt. Okay. Cool. Das ist gut zu wissen. Es ändert eigentlich nichts. Ich sette eine. Ja die ist genau so stark wie vorher. Ich bin mal ganz frech und aktive Kartenscanner. Achso okay. Was sagst du denn? Einmal pro Spiel kann ich einen Kartentyp Monster, Zauber oder Volle deklarieren und dann zeigen wir beide die unterste Karte unseres Decks vor. Und falls einer von uns den deklarierten Kartentyp hat, kann man die Karte in der Hand hinzufügen und andernfalls aufs Deck legen. Falls diese offene Karte in der Zauber und Fallen Kartenzone bei mir durch Karteneffekt von dir zerstört wird, dann kann ich eine Karte deiner Hand wieder unter das Deck legen. Ja. Ja. Was sagst du? Monster. Ja. Du sagst Monster. Wir beide zeigen unsere unterste Karte. Bei mir ist es kein Monster, bei dir ist es ein Monster. Meine Karte geht aufs Deck zurück und deine Karte geht auf die Hand. Auf die Hand. Jetzt hast du meine letzte Karte gesehen. Oh nein. Wir müssen noch mischen oder? Weil wir doch vorgezeichnet haben oder? Ne. Oder? Wir mischen einfach mal. Das ist doch nur wieder klingeln. Nein. Es ist jetzt und. Also das wäre so. Also das ist jetzt relevant gewesen. Aber ich glaube das ist jetzt nicht relevant. Weil ich glaube wir haben ja nur die unterste Karte gesehen. Also von daher. Ja. Ich meine das ist. So. Dann setz mal ab von dir. Und dann lass du. Du hast dir dein Monster auf die Hand genommen. Ja. Du hast dir deinen komischen. Ja. Das war dann auch radikal. Die auf das Deck kommt. Ähm. Sätze. Ja. Und Pestle. 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 Ist jemand eine Karte? Ja. Oh welche Karte? Also wohl gedacht. Ähm. Ich weiß dass der 0 hat. 0 ATK. Dann machen wir erstmal. Ähm. Normalbeschwörung. Gefallener der Tistina. Mhm. Der Rest von dem Deck mischen. Und die Karte auf. Ja. Theoretisch schon. Genau. Dann würde ich zurückgekehrter der Tistina aktivieren. Und der. Ich wäre jetzt ein Monster. Mhm. Und die Karte beschwert sich als Spezialbeschwörung. Und äh. Die Karte wird dann Stufe 1. Weil die Karte Stufe 1 ist. Also die Stufe 1. Ja. Ja. Und dann setzen wir eine Karte. Mhm. Und dann gebe ich schon ab. Ja. Dann ziehe ich mal ne. Ja. Dann gebe ich ein Center Face. Mein Face? Ja. Watomfisch. Ach das. Dann mache ich jetzt mal Kartenscanner. Was sagst du? Monster. Bei mir ist das nicht. Bei dir wohl. Bei mir ist das das. Und dann wird die sich auch direkt schriggern. Sicher? Ja. Ich habe dir gezogen. Also äh. Alles was äh. Ne die sagt ja zieht und du fügst dir ja der Hand hinzu. Das ist das gleiche meine ich. Ich glaube nicht. Ich meine schon. Weil ähm. Warte wo war das denn jetzt? Die sagt ja füge der Hand hinzu und die sagt wenn die gezogen wird. Du ziehst ja nicht. Du fügst ja hinzu. Nicht dasselbe. Okay. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Müssen wir wieder schaffeln ne? Ich muss meine dann aufs Deck legen. Genau deine. Was war das? Die Leader Rap? Ne die äh von den Dragon Mates. Die kann irgendwas ne? Äh süßes Zimmermädchen heißt die. Ähm. Ähm. Wenn eine oder mehr Karten von Hand oder Deck auf den Friedhof gelegt werden. Dann kann ich eine Karte in einem beliebigen Friedhof wählen und soll jetzt decken. Ja das ist ne gute Telemans Karte. Gegen Telemans ja. Habe ich Angst vor gehabt. Mein Gott. Mein Gott. Ähm. Dann würde ich Battle Phase callen wollen. Mhm. Und dann nicht direkt angreifen sondern dein Attack Monster attackieren für 600 Schaden. Nehm ich. Nehm ich. Das ist schön. Dann überlege ich kurz. Möchte ich in den Main Test 2 gehen. Ja. Boah ich spiele ich nicht gut ne. Ich glaube da kann man auch nicht gut spielen. Ähm. Ne. Dann äh. Möchte ich nichts mehr machen. Dann bist du dran. Dann ziehe ich eine Karte. Mhm. Dann setzte ich eine Karte. Mhm. Und dann gebel ich schon wieder ab. Ja. Dann durft ist dann nearby. Ja. Mal hin. Ähm normalbeschwörung Origami ecology. Nöh. Dann würde ich den Effekt benutzen. Also sagen wir. 1, 3, 5 ist Zahl und 2, 4, 6 ist Kopf. also gerade ist kopf und gerade und gerade dann ist schon vorbei du kriegst aber ein push von 100 wieder ja ja also 200 artikel ja komme ich nicht drüber dann gehe ich in der link 2 aha ok in der link 2 also 1 5 so ist es dann würde ich erstmal wieder ganz frech meinen kartenscanner benutzen wollen was sagst du denn bei diesem monster ach nö kaiju zum glück habe ich keine effekte die ich aktiviere ja die ist genauso useful wie dieser taifung der kommt nie so ich habe irgendwie eine karte gezogen die schwarze loch suchen kann schwarzer loch drach oder sowas dann würde ich eine sete und dann battleface auf über deinen testfilter dann deine ziehen wir eine karte dann würde ich sagen aktivieren wir rote pfeile ich kann jetzt bis zu zwei offene monster in der extra monstration verbannen sie bis zu end phase ja dann würde ich dein monster verbandeln ich glaube das hat nicht jetzt so viel gebracht aber ist okay dann setze ich eine karte ja 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 das ist eine tributbeschwörung für brennender drache und dann würde ich glaube ich sogar den effekt vom ich weiß nicht okay die kommt geht aufs deck genau wenn die im friedhof gelegt wird eine endphase geht die aufs deck zu machen dann kannst du in der erste runde ziehen und dann erstmal den kartenscanner wieder würde ich sagen oder ich gehe erstmal in battleface attack ja wird zerstört dann kartenscanner also main phase 2 kartenscanner für monster die nicht zerstört wurde kommt die nicht wieder genau dann ziehen wir karte oh wer hat es gedacht effekt jo oh nein wie viel hat denn der butler der butler denn nur 1,5 aber ich habe was viel cooleres nein hast du nicht doch ich habe was viel viel cooleres ich mache jetzt eine tributbeschwörung also ich gehe mal in der main phase ich mache jetzt eine tributbeschwörung jetzt kommt der besagte dark hole dragon nein der ufo licht ah du kannst karten dann diskarten oder so ne genau und der kann nicht durch karten effekte gewählt werden und ich kann verbannen und dann kriegt der 500 artikel drauf und der kann nicht durch kampf zerstört werden ich will mal kurz gucken wie der geschrieben ist bla 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 genau ich kann in der endphase also während jeder endphase kann ich eine karte ziehen und dann kann ich so viele verbannen wie ich will und er kriegt für jede 500 drauf dann machen wir mal endphase also von der hand oder genau dann würde ich sagen chainlink 1 chainlink 2 wow ok und dann ziehen wir die weil ich die jetzt ich habe diese runde beschworen dann würde ich sagen machen wir verbannen wir 1 2 und 3 dann ist der bei 3000 und dann wirst du dran ja dann doch ja effekt ja das ist in Ordnung dann würde ich also send by main ja effekt monster wahrscheinlich ne das ist die Frage habe ich irgendeinen out ich glaube nicht mehr oder also weiß ich nicht also wenn du vielleicht nie Geld hast oder so weil der kann nämlich während der battlephase getargetet werden nur während der battlephase nicht ja ah ok ne dann kann er getargetet werden achso dann sag ich monster ok yes was ach nö unglaublich ey das kriegt er den nicht mal weg ja tatsächlich nicht ne kommt hier ein Wattfisch gerade jetzt verbannt von der Hand den da mhm nicht gut mhm mhm ist der eine ja 3000 hat der jetzt der ist gerade 3000 genau permanent der bleibt also bei 3000 würde ich sagen ja der bleibt da und der kann ja noch weiter jeder Endphase kann ich ne Karte ziehen und dann mhm dann gibst du ab ja also Endphase Effekt mhm und dann würde ich direkt mal und dann würde ich direkt mal eine Verbann eine Verbann ist die bei 3500 mhm Franzine Karte mhm 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 und dann mit der zerstört mhm mhm und hat irgendwas mit der zerstört mhm mhm Standby Mainphase mhm ja Krattenskanner Monster 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 mhm ja das wird hier richtig interessant und zerstört zerstört herrscht dann ich ziehe meine Karte mhm dann mhm 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 machen wir mhm dann greifen wir das verdeckte Monster an mhm verlierst du 400 das ist äh sehr stark ähm mhm dann mach mal ja werden fest die auf die Hand äh auf 6 zurück genau scheiße das ja hier mega nervig jetzt ja dann mach mal und dann doch weiter ja perfekt mhm Standby Main ja Faktenskanner ja was sagst du Monster hab ich nicht hab ich auch nicht geht obendrauf ne ja ach so aber ja müssen wir schaffen oder ja sehe ich jetzt auch nicht gerade so ähm ich hab drei Karten müssen wir schaffen bevor ich dir das nächste mal ansage weil sonst weiß ich was du unten hast das wäre ein unfairer Vorteil okay ähm ähm mhm so so set pass ok das ist mir gerade mhm dann machen wir ähm ähm In der Draw-Face tatsächlich spielt der Tristina. Ich dachte jetzt kommt Rolig-Tipp. Ich darf mir jetzt ein Tristina-Monster aus meinem Friedhof oder Hand beschwören. Und dann machen wir dann eine Main-Face 1. Dann machen wir eine Normal-Beschwörung. Und dann mache ich Effekt von Rosen-Papille und ich darf jetzt eine Tribut-Beschwörung machen. Für vermögende Berganbieterin. Sie können jetzt irgendwas machen, ne? Wie viele Handkarten hast du? Vier. Oh, das ist sehr gut. Warum? Weil ich jetzt eine Karte setzen werde. Mhm. Ich kann nämlich einfach alle Monster... Mhm. Dann würde ich den in Verteidigungspositionen setzen. Mhm. Und dann würde ich den Effekt akten von ihnen. Und alle Monster auf dem Spielfeld werden in Angriff ge... oder die Kampfposition wird geändert. Mhm. Also die geht in Verteidigung und der geht in Attack. Also die... Alle offenen Monster oder alle Monster? Ne, da steht alle Monster. Ja. Also wahrscheinlich auch die, ne? Warte, äh... Du kannst die Kampfposition aller Monster auf dem Spielfeld ändern. Ja. Alles klar. Dann würde ich mit, äh... 5. Battle Phase ansagen. Mhm. Mit 5500, äh... Einfach mal... in den da reinrennen. Mhm. Dann siehst du genau. 5500 Schaden. Mhm. Kann der der Dude das jeden Turn? Der kann das jede Runde, ja. Solange du mehr Karten als ich auf der Hand hast. Okay. Ähm... Und dann... Gebe ich auf. Ja. Ja. Standby? Ja. Mainface. Dann natürlich Lee, Robert. Mhm. Dann setze ich einen Account an. Mhm. Und dann... Ich hab ja keine Waren, ne? Ja, das ist jetzt, äh... Sehr... Das ist grobst wie gesprungen, ne? Ähm... Kackenszen? Mhm. Monster. Monster? Geht oben drauf, ne? Genau. Ist das mandatory das UFO? Nee. Nee. Das ist nicht mehr ein Trophy, ich kann das. Genau. Du kannst. Mhm. Ja, dann, äh... Endface, geht ihr aufs Deck zurück. Mhm. Und dann bist du dran. Zieh ich eine Karte? Ja. Ähm... Wie viele Handkarten hast du? Zwei. Zwei. Okay. Dann machen wir Mainface 1. Mhm. Setzen wir eine. Mhm. Setzen wir eine. Mhm. In Verteidigungsposition. Und jetzt darfst du alle wieder drehen. Genau. Fisch dann perfekt. GG. GG. Ist das jetzt hier... Seems pretty fair, die Karte. Ja. Und dann würde ich Battleface ansagen. Ja. Und dann mit 5500 in deinen Gen reinrennen oder was auch immer. Ja. Und dann ist das Game, würde ich sagen. Dann ist das Game. Muss ich. Das war ein gutes Spiel. Also... Das war echt frech jetzt. Sie kommen noch. Du hast noch eine Karte mehr. Ja. Du hast gehofft auf Deckout, ne? Jaja, klar. Ich hatte keine Wincon mehr. Ich hab nix gezogen. Ne, du wärst auch nicht über den drüber gekommen mehr, ne? Ne, ich hätte halt mit der noch ein bisschen mehr stallen können. Aber sonst... Ja, das war... Also... Also kein... Ne... Es liegt... Achso. Genau. Das sind irgendwelche Karten, die man zusammenwirft und dann... Das Monster wird nicht gekillt von dem Boss Monster. Von dem hier oder was? Achso, beide können nicht zerstört werden. Aber ich denke, das hätte nicht gemeldet, oder? Von dem jetzt. Dann wär dein... Dann würdest du den nicht killen können. Das stimmt. Aber dann hättest du die Kleine nicht wieder aus der Hand bekommen und hast du nicht gesehen. Hätte das ja jetzt was geändert. Du hast ja kein Monster, was über den drüber kommt, oder? Doch, den doch die ganze Zeit. Ja, aber der kann den ja nicht zerstören. Ne... Ja. Das stimmt. Naja. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Das tut mir leid. Ich würd sagen, das ist dieses Accepted Game State Phänomen, oder? Ja, genau. Also das wusste ich nicht. Ich hätt die Karte ja lesen können. Ne, ich hab die dann falsch vorgelesen. Das ist dann wieder mein Fehler gewesen. Ja. Mein Gott. Das ist so... Ich mein, du hast ja eh alles auf dem Feld gehabt, dann hätte ich dann die Viecher angegriffen. So ernst wäre das sowieso nicht gewesen. Genau. Ja, dann sind wir hier soweit durch. Andrew hat bewiesen, dass er ein guter Sneakbeak Spieler ist. Ja, wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei den weiteren Duellen. Ja. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Jo, würde ich sagen. Ciao. Ciao. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, willkommen zurück. Hier Runde 3 im Pre-Format. Heute mit mir mal wieder. Wenn Cari da ist, ist das Backenrheinchen? Wenn nicht, ich glaube ja doch, Cari ist immer da, ne? Wahrscheinlich wohl. Und ja, also Dominik für die, wie ich mich nicht Backenrheinchen nenne, und Tobias. Bitte schön. Der eine oder andere kennt mich vielleicht auch noch. Vielleicht. Genau. So, wir sollen ja gar nicht groß moderieren. Wir fangen dann einfach mal an. Genau. Ich würde den Timer stellen eben. Ja, genau. Ich mache eben auf Start. Dann läuft der runter. Der runter. Sollten wir auch noch, ne? Ja. Sollen wir einfach sagen, hochentscheidend ein Würfel. Genau. Machen wir so. Zwei. Das ist überschaubar. Das ist total. Kann man mit arbeiten. Ich auch. Ich auch. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt hast du auch eine 6. Ne, eine 1. Dann würde ich tatsächlich starten wollen. Das habe ich mir fast gedacht. Auf ein gutes. Auf ein gutes. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann gucken wir mal, was wir Schönes haben. Oh Gott, was habe ich denn für einen Käse schon wieder? Ich sitze wie am Stream. Ich merke es. Ich würde einen Monster verdeckt in die Verteidigung setzen. Und noch eine Zauber der Falle. Und dann müsste ich abgeben. Dann bist du. Okay. Dann ziehen wir mal. Das sieht bei mir nicht viel anders aus. Hoffe ich, glaube ich. Vielleicht. Wir fangen wir auch mal so. Zack. Jo. Aber wir setzen zwei Zwecke ab. Okay. Dann draw fast. Ja. Stand by main. Ich sette auch eine verdeckte Verteidigung. Und dann bist du. Okay. Dann ziehen wir mal. Es wird immer schlimmer. Set und Pass. Das ist tatsächlich auch die schlechteste Runde bisher. Ich wusste es. Ich bin im Stream. Es geht los. Ich würde eine Normalbeschwörung machen. Von dem IA. Invasiv. Außerirdischer. Schlaf mich tot. Mhm. Ja. Solange keine offene Fiendspelle da ist. Dann kann der auch nicht viel. Muss er angreifen. Hat halt mit 1,6. Genau. Ich würde mal eben gucken, was wir hier noch so haben. Ja. Ich würde in die Battle Phase gehen. Okay. Ich würde mit 1,6 auf das Monster gehen. Gut. Dann verlierst du 500 Lebenspunkte. Jo. Dann machen wir das. Oh ja. Minus. Alle von uns. Jo. Hopp. Und dann bist du. Okay. Dann ziehen wir mal. Zack, zack. Okay. Das ist schon fast besser. Dann gehe ich mal in ein Tributbeschwörung mit den beiden. Und das gute Ufo-Licht. Oh. Ja. Ach ja. Du hast es bestimmt heute schon gesehen. Ja. Eine ganz schöne Karte. Da kann ich gewählt werden. Also nicht außer in der Battle Phase kann es gewählt werden. Da kann ich im Kampf zerstört werden. Und in jeder meiner End Phase darf ich eine Karte ziehen. Dann darf ich beliebig viele Karten von meiner Hand verbannen. Und für jede kriegt sie dauerhaft 500. Äh. Lebenspunkte. Genau. Angriffspunkte. Ja. Lebenspunkte auch. Ich würde trotzdem mal angreifen mit 1.500 auf diese Karte. Auf die. Jo. Das geht durch. Alles klar. Und dann gehen wir in die End Phase. Dann kommen beide gleichzeitig. Sie legt sich oben drauf. Das darf ich ausschnucken wie rum. Ich würde erst eine Karte ziehen wollen und dann sie oben drauf legen. Ja. So. Und dann darf ich verbannen. Beliebig viele. Ich verbanne mal 1, 2 und 3. Dann hat sie 3000. Ach offen. Dann legen wir mal eine schöne 3 drauf. Genau. Dann darf ich. Ja. Dann ziehen wir. Das ist jetzt schlecht. Ich würde den mal erst in Verteidigung drehen. Okay. Ich würde noch Monster verdeckt in Verteidigung setzen. Mhm. Und dann bist du. Okay. Dann ziehen wir mal. Ganz ominöse Karte. So weil ich sie gezogen habe, darf ich sie speziell beschworen. Mhm. Da ist sie wieder. Und dann gehen wir in die Battle Phase. Ja. Und dann greifen wir 3000 in an. Jo. Kriegen wir hin. Wer geht. Genau. Dann gehen wir in die End Phase. Dann würde ich den Effekt aktivieren. Ziehen wir eine Karte. Und dann verbanne ich diese eine Karte. Dann hat er 3,5. Jo. Dann gehen wir mal auf die 4. Bisschen. Dann ziehe ich. Ja. Juni, Juni, Juni. Das wird aber auch nicht besser hier. Ein Glück für mich. Heute mal. Ähm. Es ist eine Wohltheit mich zu sehen. Besten Dank. Ich setze eine. Und ich setze auch noch einen Monster. Und dann bist du. Okay. Danke. Der Topdeck von oben. Der gute, verbotene Topdeck. Ähm. Wir machen es mal so. Karten Scanner. Ja. Karten Scanner. Einmal pro Spielzug darf ich eine Karte deklarieren. Mhm. Dann gucken wir. Und wenn wir das, was ich deklariert habe, unter dem Deck haben, dürfen wir es auf die Hand nehmen. Und sonst kommt es aufs Deck. Also Monsterfalle oder Zauberkarten. Ich sag mal Monster. Mhm. Bob. Ich habe einen Monster. Du auch. Ich krieg's auf die Hand. Ich auch. Ähm. Und dann gehen wir einfach mal in die Battle Phase. Ja. Und greife ich den da an. Jo. Das bringt leider auch nichts. Der macht nicht. Oh. Der sieht schön aus. Ja, das stimmt. Da bist du dran. Dann ziehe ich. Ja. Ach. Mensch Leute. Das ist wirklich mit Abstand die großigste Hand. Ich setze ein Monster an. Verdeckte Verteidigung. Und du bist. Okay. Du verteid. Das wird aber echt nicht besser bei mir. Das ist unglaublich. Das wird auch nichts. Das wird auch nichts. Hm. Ich setze meine Karte verdeckt. Mhm. Und dann greife ich wieder an. Bob. Jo. Dann geht er. Dann geht er. Und du bist. Dann ziehe ich. Hm. Verdeckte Verteidigung. Und du bist. Wie viele kommen da noch? Draw. Ähm. Hm. Das geht theoretisch. Jetzt mal das. Hm. Und dann geben wir die Battle Phase. Hm. Bob. Dann geht Genf. Und du bist dran. Dann ziehe ich. Hm. Und zwar verdeckte Verteidigung. Und du bist. Okay. Und Draw. Ähm. Okay. Das wird aber auch nicht besser. Das wird schlechter. Ich mach mal Tributbeschwörung. Mit den beiden. Der geht dann oben drauf. Kommt der gute Oberste König Tormagier. Mhm. Vollkommen uninteressante Effekte, weil ich keinen Z-Arg hab. Ja. Äh. Okay. 2-5. Dann geht er. Bing bing. Bum 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 bum. Modalert. Äh. Keine Ahnung. Okay. Okay. Und drüber. E-O. Nein, das ist der. Alles klar. Und? Du bist. Dann ziehe ich. Hm. Mh. Mh. Unser verdeckte Verteidigung. Und du bist. Okay, Bro. Achso. Der muss ja. Das ist ein Mandatory bei dem, ne. Dass der oben drauf geht. Wir sollen auch schnell lesen. Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich war das auch gemeint. Äh. Aber da. Wie rennt der Endphase? Ja. Das ist Mandatory. Also er muss oben drauf. Ja. Gut. Dann ziehe ich eine ganz ominöse Karte und leg sie mal wieder. Ja. Ähm. Biddle Face. Ja. Jo. Und? Jo. Und du? Dann ziehe ich. Ach, Mensch, Leute. Das kann doch gar nicht sein. Ich setz die und du bist. Alles klar. Und Draw. Ähm. Das wird echt. Mach das mal so. Set die. Und Biddle. Ja. 2,5. Jo. Und 3,5. Jo. Die nehm ich. Alles klar. 3,5. Bob. Und du bist. Dann ziehe ich. Shit. Ja. Das ist deiner. Ich hab nen Tributmonster gezogen. Okay. Dann bringt mir nix mehr. Alles gut. Verdammt. Dann gehen wir ins nächste. Jo. So. Wo? Was? Da glaube ich. Ach, Reset. Genau. Reset. Nehm das nicht. Nehm das nicht. So. Stuck. Boah, das war aber jetzt wirklich richtig grausig. Ja. 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 Das gehört dazu. Gerade bei so ner Sneak ist das halt immer so eine Sache. Ja. Ja, ja. So. Du darfst nochmal aussuchen. Ich würd's nochmal versuchen und anzufangen. Ja. Dann versuchen wir's. Dann auf ein gutes zweites. Auf ein gutes zweites. Drei. Vier. Fünf. Dann zwei. Drei. Vier. Hm. Okay. Geht so. Hm. Ein Monster verweckt den Verteilung. Du bist. Okay, dann Draw. Dann fangen wir mal mit Kartenscanner. Hm. Ich sag mal wieder Monster. Ja. Guck mal. Falle. Ich krieg Fisch. Du nicht. Du kriegst die Falle oben drauf. Genau. Und dann würde ich dein verdecktes Monster als Tribut anbieten. Für die Befleckter der Tessina. Kann ich als Spezialbeschwörung beschwören. Ich werde ja ein verdecktes Monster von meinem Gegner als Tributbeschwörungsmaterial anbieten. Ja. Sonst, diese Karte wird als 10 behandelt. Falls jetzt normalbeschwörung beschworen oder gesetzt wurde. Wurde sie gerade. Also ist jetzt Schluch 10. Weil sie die Karte auf den Friedhof gelegt wird. Außer vom Spielfeld. Du kannst ein Tessina-Monster wählen. Ich hab keine anderen. Also ist so uninteressant. Dann greife ich mich mal mit 2000 direkt an. Jo. Muss ich nehmen? Jo, finde ich gut. Und dann bist du bereit. Dann ziehe ich. Ja. Au, was war das nur? Ich sag Kartenscanner. Ah, okay. Ich würde Monster sagen. Okay. Gucken wir mal. Nö. Jo. Oh, du hast nur. Dann würde ich ein Monster verdeckt in Verteidigung setzen. Eine Karte verdeckt. Und du bist. Okay. Dann ziehen wir mal. Ja. 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 Okay. Mach das mal so. Sitzen wir eine Karte. Ich sag auch nochmal Monster. Gucken wir mal. Sag mal. Ja. Ja. Ich auch. Wir haben so dasselbe. Guck mal. Ich wisch mal, weil ich die darunter auch gesehen habe. Das ist es. So. Alles klar. Dann beschwöre ich den wunderschönen Fisch. Ja. Der darf direkt angreifen. Was anderes ist da auch vollkommen interessant, glaube ich, bei ihm. Was anderes kann ich mit ihm nicht mehr machen, weil ich nicht viel anderes Watt habe. Ja. 800 direkt. Ja. 800. Und 2000 auf die verdeckte. Jo. Und du bist. Der geht dann draw. Hm. Was macht er denn hier? Am besten nichts. Boah. Ich beschwöre Rosenpapillon. Okay. Ich könnte, wenn ich jetzt mehr Monster noch hätte, jetzt noch eine Tributbeschwörung machen mit einem 7er oder höher. Bringt mir aber nichts. Ich würde in die Battleface gehen. Okay. Der kann zerstöpeln. Der kann zerstöpeln. Dann würde ich da drüber rennen. Also bevor ich jetzt etwas Falsches sage, weil der hat so langen Text, aber ich glaube, der macht sonst nichts, auch direkt angreifen bei mir. Nur einmal pro Spiel zu verwenden. Am Ende 7er Steps. Weil Monster das gleiche Kampfschaden zufügt, könnte ich speziell beschwöre, wenn du mir Kampfschaden zufügst. Um interessant. Wenn du diese Karte... Kannst du die Karte auf dem Spiel... Ja. Wenn ich einen Watt-Synchro-Monster hätte, könnte ich damit machen. Um interessant. Also krieg ich einfach 600. Jo. Dann machen wir das. WinFest 2. Würde ich Kartenscanner nutzen. Okay. Ich sag Zauber. Okay. Gucken wir mal. Monster. Nö. Plopp. Dann bist du. Okay. Ich ziehe ihn ganz um in die Karte. Kann ich gesehen haben. Ähm. 1,4 hat das Viech. Mh. 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 Okay. Mh. Mh. Puh. Was machst du nochmal? Ich beschwöre ihn, der kommt zwar gleich zurück. Aber naja. Dann gehe ich in die Battleface. Mh. 2.000 über dem Patillon. Ja. Und 1.300 direkt. Sind also insgesamt 1,9. Mh. Jo. Am Ende der Battleface kommt ja auch in deinem Anzug. So habe ich das zumindest gelesen. So. Blablabla. Jo. Der hat auch bestimmt einen tollen Effekt, den ich nicht einsetzen kann. Ja. Du kannst irgendwie was bei mir beschwören. Irgend so ein Quatsch halt. Und du? Dann Draw. Du bist. Okay. Draw. Das geht aber irgendwie besser bei mir. So ist die Sache, ne? Ja. Wir machen das mal so. Ich setz mal auf das. Ich setz mal auf das. Und Battleface. Jo. Der geht. Und du bist. Done Draw. Boah. Meine Güte. Es ist so unglaublich. Das war die letzten beiden Male gerade nicht so grausig. Ich sette eine. Und du bist. Dann ziehen wir mal. Und dann sage ich mal Kartenscanner. Und sag Monster. Jo. Und ich habe Monster. Du auch. Ich auch. Dein Monster kenne ich überhaupt nicht. Bin ich ja mal gespannt, ob es noch kommt. Ein größeres. Müsste ich erstmal Tribut beschwören, ne? Hat mir nicht schlecht. Hm. Was machen wir dann? Dann spielen wir mal das hier. Mhm. Und dann gehen wir mal rein. in die Battleface. Jo. Mit 2000. 2000 Def. Oh, hat er sogar. Ja, okay. Dann ist es so. Ähm. Dann bist du. Wie war das jetzt? Kommt der auch auf die Hand? Bitte, wär schön. Während der Mainface. Bla, bla. Einmal pro Spielzug am Ende der Battleface. Gib diese Karte vom Spielfeld auf die Hand zurück. Jo. Dann geht er auf die Hand zurück. Jo. Gut. Dann hast du jetzt einen dauerhaften 2000er. Dann würde ich ziehen. Ja, bitte. Das haben wir. Okay. Hm. Ich würde. Hm. Die Karte aktivieren. Gut. Psychischer Kampfporter. Ich kann jetzt bis zu zwei Lichtmonster Stufe 3 oder niedriger Art Spezialbeschirm auf meiner Hand beschwören. Falls die beiden Monster denselben Grundtyp haben, können die Monster in diesem Spielzug direkt angreifen. Und falls sie dieselbe Grundstufe haben, können sie in diesem Spielzug zusätzlich nicht durch Kampf zerstört werden. Mhm. Das würde ich auch machen. Und ich würde Gen und Ken beschwören. Okay. Okay. Und dann würde ich... Die gehen auch gleich wieder auf die Hand zurück nach der Battle Phase, ne? Okay. Okay. Genau. Dann würde ich aber jetzt eine Tributbeschirm machen. Oho. Okay. Die beiden für Ufolicht. Ach, das gute Ufolicht. Da haben wir es ja. Genau. Ja. Dann würde ich Kartenscanner nutzen und Monster sagen. Okay. Haben wir. Ich habe die Monster. Dann würde ich... Ich habe Spezial. Ich habe normal. Mhm. So. Ich kann erst am Ende des Spielzugs das machen. Genau. Das heißt, ich würde mal mit Ufolicht dann verdecktes... Auf Attack. Würde ich dann mal Bezwingersäle Schneewirbel umdrehen. Jetzt zeige ich dir ein Finsternis, ein Feuer und ein Erdemmonster vor. Und dann werden nacheinander folgende Effekte aktiviert. Füge deinem Gegner 400 Schaden zu. Dann könnte ich ein Bezwingersäle Monster uminteressant. So. Das heißt 400 Schaden. Dann füge deinem Gegner 600... Du kriegst jedes Mal Schaden bei jedem Effekt. Also können wir zusammenrechnen gleich. Füge deinem Gegner 600 Schaden zu. Ich kann Bezwingersäle Monster, die du kontrollierst in diesem Spielzug nicht durch Kalteneffekte zerstört werden. Ich habe kein Bezwingersäle Monster. Und Nummer 3. Füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Und alle Monster auf dem Spielfeld werden zerstört. Das heißt 600 plus 400 sind 1800 Schaden. Und alle Monster werden zerstört. 1800... Und shit. Und der konnte ja auch... Der konnte nur durch... Nicht gewählt werden. Aber... Der kann aber nicht gewählt werden, ne? Der wird ja nicht gewählt. Ach, der zerstört alle. Der wird einfach zerstört. Okay. Jetzt ist alles weg? Ja. Ja, dann ist natürlich... Ja, okay. Dann muss ich in die Endphase gehen. In der Endphase kommt die Puppe auf mein Deck. Mhm. Und Draw. Und ach guck mal, was ein Zufall. Da ist sie ja wieder. Ja. Okay, dann Stand by Name. Hast du 1,5? Habe ich was? Das wäre schön, wenn ich was hätte mit 1,5. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie viele Karten haben wir im Deck? Weil da kriegt sie Attack für. 1,2,3,4,5,6 habe ich. Ich habe 8. Dann wird sie 600 Attack kriegen. Ich kann sie jetzt gar nicht drehen, ne? Mhm. Na egal. Na, dann ist das alles erstmal da. Dann... Dann kann ich dir tatsächlich... Oh, warte mal. Ich habe gerade was gesehen. Ich kann mir eine Pendelscale setzen. Ich kann pendeln. Pett mir gerade auf. Jetzt darf ich pendeln. Aber nur 7 und 2. Also 2 bis 7. Mal gucken, wie viele Sterne die alle haben. Aber egal. Ich kann das so machen. Ich pendel mal. Dann pendel ich mir die beiden von meiner Hand. Und dann kann ich in eine Tributverschwörung gehen danach. Und der hat mehr als genug. Okay. Ja, das reicht. GG. Das reicht. Verdammt. Uh. Sehr gut für Harpi. Ja, der hat jetzt tatsächlich echt was gebracht. Ja, ich habe dann erstmal gependelt, Leute. Erstmal seit... Gott, wie viele Jahren. Ja, krass. Ja. Ja, perfekt. Dann haben wir es ja hier schon. Dann haben wir es schon geschafft. Das war eine schnelle Runde. Dann können wir hier schon auf Reset drücken. Mhm. Ja, perfekt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Das war eine schnelle Runde. Okay. Die reden nicht mit uns, also... Ach, alles gut. Die haben das Duell genossen. Du musst uns so sehen. Genau, oder so. Genau. Und dann, ja. Wir sehen uns dann am Dienstag. Wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, ob du da bist, aber... Ich werde nur... Ich kann es ja nicht sagen. Ich bin ja Dienstag meistens da. Okay. Ja, dann... Viel Spaß in Runde 4 und bis dahin. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, da sind wir wieder. Hallo. Runde 4. Man konnte ja anscheinend genug von mir kriegen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja. Tja, wie heißt das so schön? Doppelt genäht hält besser, oder wie war das? Ja, so in der Richtung. Hoffen wir mal. Ja. Hast du erstmal die Würfel sortiert? Natürlich, so wie es sich gehört. Muss ja alles seine Ordnung haben hier, ne? Ja gut, Dirk. Dann mach du mal. Auch Kaiba Corporation nehmen wir sehr gut. Natürlich. Kaiba stellt sich doch sowieso gerne in den Mittelpunkt. Also von daher... Wahre Wort. Nicht, dass ich mich jetzt selber in den Mittelpunkt damit stellen möchte, aber... Heißt du Kaiba? Nein. Sagt man das nicht mehr? Kari beschwert sich übrigens gerade darüber, dass du sie ignorieren würdest. Das hab ich gar nicht. Aber wir wurden ignoriert beim letzten Duell. Ah. Das ist noch vom letzten Duell. Ach so, Skandal. Mhm. Ich ignoriere dich nicht, Kari. Mach ich nicht. Sauf mir. Kari, Kari wer? Das war kein Hörnchen, ja. Ach ja. Tja. Dann würde ich sagen, würfeln wir mal aus, wer anfangen darf. Ein oder zwei Würfel, Dirk. Ja, mit einem Würfel. Einem Würfel. Hoch oder tief. Hoch. Okay. Das ist eine Sechs. Dann darfst du anfangen, Dirk. Alles klar. Dann auf ein gutes Match. Auf ein gutes Match. Muss ich jetzt Angst vor Gottesanbeterinnen bei dir haben? Vielleicht. Wer weiß das schon so genau? Ja, das kann man sich nie so genau wissen. Drei, vier, fünf. Mhm. Mhm. Ja, ich fang mal sehr klein an. Mhm. Mit einfach nur zwei Felchtenkarten. Oder auch vielleicht sogar eine dritte und dann bist du dran. Okay, dann ziehen wir mal. Stand by Main. Das ist die schlechteste Hand, die ich jetzt... Ich spiele gegen Dirk. Das war ja wohl klar, ne? Wir machen das mal so. Eins. Zwei. Healer Rap. Ui. Für Spaß. Und dann bist du dran. Okay, dann. Stand by Face. Main Face. Dann erhöhe ich meinen Spaß und den Kartenscanner. Und ich könnte den ganzen Effekt aktivieren. Ich sage Monster. Das heißt, wir decken jetzt die unterste Karte unseres Decks auf. Wenn es der deklarierte Kartentyp ist, nehmen wir sie auf die Hand. Sondern falls geht sie auf unser Deck. Genau. Monster sagst du. Ich sage Monster. Da haben wir eins. Ja, ich habe auch eins. Gut. Dann packe ich mir das mal auf die Hand. Jito. Ja. Du, dummerweise, es ist kein Monster, was ich jetzt mal eben so beschwören kann. Was natürlich ein bisschen schade ist. Schön ist das nicht. Ja, für dich vielleicht. Aber ich beende meinen Spielzug. Okay, dann ziehen wir mal. Ja. Zack. Da ich die gute verfugte Bautpuppe gezogen habe, darf ich sie speziell beschwören. Guck mal, da ist sie. Überraschung, Überraschung. Wunderschön. Ja. Wir müssen jetzt gucken, wie viel Deckunterschied wir haben. Dann kriegt sie Angriffspunkte. Da, 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 da. Hä, sie hat meine Spielzugartikeln der Differenz mal 300. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Unterschied haben, aber... 12. 13. Dann kratzt sie 300. Ja. Richtig. Mehr als Null, sagen wir mal so. Das ist richtig, ja. Aber da liegt es ja erstmal gut mit ihren 300. Der liegt da gut mit seinen, was auch immer er hat. Und du bist dran. Mysteriöse Karte ist mysteriös. Sehr mysteriöse Karte, ja. Gut, dann eine Drawface. Step-by-Face. Ja, bitte. Step-by-Face. Ja. Und Main-Face. Dann würde ich gerne den Effekt von Kartenscanner erneut aktivieren und sage mal wieder Monster. Dann gucken wir mal. Und ich habe wieder einen Monster. Ich habe auch eins. Gut, dann fügen wir das zu unserer Hand hinzu. Dann kommt es dazu. Spopp. Ich finde die Karte eigentlich ultra witzig. So. Dann aktiviere ich mal Veda Calacanum. Okay. In der Pendel-Skala macht sie erstmal nicht viel, außer dass sie sagt, einmal pro Kette sollte ein Monster zerstört werden, bekommt sie drei Zählmarken und ihre Pendel-Skala wird um die Anzahl Zählmarken erhöht. Außerdem kann ich zwölf Zählmarken von ihr entfernen, um sie als Spezialbeschwörung zu beschwören aus der Pendel-Zone heraus. Okay. Dann weiter. Viertausende. Das ist ein guter Defender. Im besten Falle. Dann, weil du ein Monster der Stufe 6 oder niedriger kontrollierst, darf ich meine Vermögen der Berganbeterin als Spezialbeschwörung beschwören? Mhm. Ja, und ich glaube, dass ich dann mal in die Battle-Phase übergehe. Mhm. Und da möchte ich einmal dein ominöses, verdecktes Monster mal angreifen. Oh, das könnte es nur sein. Eigentlich. Der gute Ken. Der gute Ken, ja. Nicht Barbie, sondern Ken. Ja. Korrekt, korrekt. Ja, dann soll das auch für den Moment erstmal genügen. Okay, dann ziehen wir mal. Mhm. Stand by Mainface. So, was haben wir da für uns? Wir haben das. Wir haben das. Das bringt mir nicht viel. Da fehlt der. Da fehlt der. Das ist schlecht. Achso, der kriegt übrigens auch drei Zählmarken, weil ja gerade dein Ken das zeitliche gesegnet hat. Das muss ich sogar. Okay. Sogar aktivieren. Mhm. Dann würde ich den Watt-Tun-Fisch nochmal beschwören. Watt-Tun-Fisch am liebsten, ja. Und der darf direkt angreifen. Und dann machen wir mal den ersten Kampfschaden im Spiel. Das würde ich tun. Ich kräfte dich direkt an. Ja, den Schaden nehme ich mal. Das ist gut. Oh, so mach du. Lü, lü, lü. Dann gehen wir in die Mainface 2. Und du bist dran. Alles klar. Dann Draw. Step-by. Main. Ach komm, wir nutzen noch mal den Effekt von Karten-Scanner auf Monster. Kommt ein Monster. Und ich habe eine Zauberkarte. Ich habe einen Karten-Scanner. Ich habe rote Pfeile. Zack, kommt nach oben drauf. Gut, dann... Was machen wir dann da mal draus? Ach komm. Machen wir es kurz und knackig. Ich gehe mal in die Battle-Phase. Okay. Und greife mit der Berganbärterin einmal deinen Watt-Tunfischern. Oh, meinen Watt-Tunfischern. Dann geht der ja kaputt. Genau. Und du kriegst 1500 Punkte Schaden. Jep. Und weder Calacanon kriegt drei weitere Zähmarken. Mhm. Und dann würde ich erstmal wieder an ich abgeben. Dann ziehen wir mal. Jawohl. Juhu. Eine sehr ominöse Karte. Wer hätte es gedacht. Dann kommt der gute Karten-Scanner. Yay. Verdoppeln wir den Spaß. Machen wir den Spaß doppelt, genau. Und dann sagen wir auch mal direkt Monster beim Kartenscanner. Alles klar. Und wir bekommen ein Monster. Eine Zauberkarte. Ich bekomme ein Monster. Pop. Alles klar. Ich darf wieder was beschwören. Könnte ich. Wenn du wolltest. Wenn ich wollte. Dann könntest du dein Glück herausfordern mit der Origami-Götte. Das könnte ich. Wollen wir das auch machen. Ich mach das mal. Komm, wir machen das. Wir haben Spaß heute. Wir werfen jetzt mal 100.000 Münzen. Haben wir so eine elektronische Münze. Soll ich eine Münze von mir nehmen. Du kannst auch einfach einen Würfel würfeln und sagen. Für beispielsweise gerade ist Kopf und ungerade Zahl. Dann machen wir es genauso. Gerade ist Kopf und ungerade Zahl. Gut. Zahl. Ungerade. Schade. Dann ändert sich ihre Angriffspunktzahl mal gerade nicht so wirklich. Karten ziehen darf ich dann auch nicht. Das ist natürlich doof. Ja. Naja. Dann ist es leider so. Dann kriege ich gleich ordentlich Schaden. Aber dann bist du dran. Alles klar. Jaw-Face. Stand-by-Face. Main-Face. Komm. Scannen wir nochmal eine Runde. Ich sage Monster. Okay. Eine Zauberkarte. Ein Monster. Juhu. Eine Zauberkarte nach oben. So. Dann. 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 Möchte ich gerne einmal in die Battle-Phase gehen. Natürlich. Und dann greife ich mit meinem IAA einmal deine Origami-Göttin an. Für 1500 Punkte Schaden. Jupp. Dann aktivieren sich jetzt als Kettenglied 1 Veda Cala Canum und der Effekt von Vat Thunfisch. Mhm. Der Thunfisch darf sich Spezialbeschwören und Veda Cala Canum kriegt drei weitere Zähler. Mhm. Dann möchte ich als nächstes mit dem Vat Thunfisch, der sich gerade Spezialbeschwören dürfte aber direkt angreifen. Nehmen wir gerne. Also nicht gerne, aber was soll man tun? Genau. Vat Thun. Vat Thun. Vat Thun. Wenn Fisch draußen ist. Und dann aktiviere ich den Effekt von Vat Thunfisch und möchte gerne ihn zusammen mit meinem IAA als Tribut anbieten, um ein Vat Synchromonster Spezial zu beschweren. Hat der auch noch dann Vat Synchromonster? Natürlich habe ich noch den Vat Kiyuki hier liegen. So. Vat ein Kiyuki. Ja, und der kann sogar auch direkt angreifen. Greif ihn mal für 1600 Punkte direkt an. Ja. Nehmen wir auch. Ja, und dann habe ich noch meine vermögende Berganbeterin, die nochmal kurz seine Brautpuppe ein bisschen kitzeln möchte. Alles klar. Gut. Dann aktiviert sich der Effekt von Veda Kala Kano und kriegt drei weitere Zähler und hat jetzt ihre 12 Zähler. So, dann möchte ich einmal in die Mainphase 2 übergehen und dann sollte das glaube ich für den Moment erstmal genügen. Okay, in der Endphase aktiviert sich die Brautpuppe und legt sich oben drauf. Mandatory. Ja. Leider. Ja, das ist das Problem. Okay, aber dafür haben wir einen guten Karns gedacht, ne? Das ist richtig. Okay, dann würde ich ziehen? Ja. Oho, was könnte das nur sein? Ganz, ganz kompliziert. Ominöse Karte ist ominös. Das würde sich auch dann sofort beschwören. Ja, dann müssen wir mal wieder zählen. Genau, dann haben wir mal... Ich habe noch acht Karten. Ich auch. Gut, also keine Punkte für deine Brautpuppe. Keine Punkte. Und dann würde ich den Kartenscanner aktivieren. Ja. Ich sage Monster. Vielleicht ziehen wir nochmal was. Hey, es ist ein Monster. Ich auch. Ich habe auch ein Monster. Dann darf ich das auf die Hand nehmen. So. Und dann würde ich als nächstes... Jetzt muss ich auch mal schnell gucken, bevor ich jetzt was falsch mache. Ich habe so eine Befürchtung, was da jetzt kommt. Finsternis, Erde, Feuer. Dann würde ich nämlich als nächstes Mal Bezwingerseel Schneewirbel aktivieren. Ich zeige dir Finsternis, Erde und Feuer vor. Ups. Und dann aktivieren sich nacheinander folgende Effekte. Füge deinem Gegner 400 Schaden zu. Wollen wir das zusammenrechnen? Okay. Und dann darf ich einen Bezwingerseel Monster spezial beschwören, wenn wir eins hätten. Mhm. So, dann füge ich meinen Gegner nochmal 600 Schaden zu. Und diese Bezwingerseelen können nicht durch Karteneffekte zerstört werden für diese Runde. Uninteressant. Ja. Aber, dann kommt ja der lustige Effekt. Füge deinen Gegner auch 800 zu. Dann sind wir also insgesamt bei 1800 Schaden. Ja. Und dann werden alle Monster auf dem Spielfeld zerstört. Autsch. Bomb. So. Dann geht das weg. Dann gehen die beiden auf den Friedhof und meine Pupersel, der geht aufs Extra Deck. Mhm. So. Wenn ich jetzt noch ein Monster hätte, was angreifen kann, du, dann wären wir richtig gut. Dann, ja, dann wäre hier so richtig Party, du. Dann wären wir so richtig gut gewesen. Aber wir machen das dann mal so. Zumindest ist dieser Direktangreifer da weg und der 2-3er. Und dann bist du erstmal dran. In der Endphase, mandatory Puppe. Gut. Dann Joe-Face. Yep. Standby-Face. Ja. Main-Face. Komm, sagen wir mal Faktkarten-Scanner an. Ich sage Monster. Okay. Wir sagen Monster, es ist eine Fallenkarte. Ich habe Tarai. Dann ziehe ich gleich eine Fallenkarte. Ja. Und dann erst eine Puppe. Und dann er ziehe ich. Was vielleicht auch ganz gut ist. Könnte nicht so verkehrt sein. Mhm. Also, was haben wir denn hier so für Sachen? Ich hoffe keinen Thunfisch. Ich habe tatsächlich noch einen zweiten Thunfisch in meinem Deck. Also, so ist das jetzt nicht. So, haben wir dann hier noch irgendwelche schöne Sachen. Kannst du nicht mal eine Spielfeld-Zauberkarte ausspielen? Du meinst von den vielen, die es gibt? Es gibt tatsächlich eine im Set. Ja, eine, genau. Ich habe die ja sogar gezogen. Gibt es denn die? Dann kann ich sie auch spielen. Ich habe sie nicht. Ja, was mache ich denn da mal mit dir? Nichts. Gib einfach ab. Das wäre ja zu einfach. Ich werde einfach nur ein Monster setzen. Hört sich gut an. Und dann erst mal wieder an dich abgeben. Okay. Dann ziehen wir mal nicht die Puppe. Sondern eine Fallenkarte. Eine Fallenkarte, genau. Jetzt sind wir beim Mail und dann würde ich den Karten-Scan aktivieren. Ich sage Monster. Ups. Es ist ein Monster. Ich habe eine Fallenkarte. Oh. Muss das denn sein? Ja, gut. Wenn du ein Monster fallen kannst. In dem Fall musst du sie auch nicht sofort special, weil du sie deine Hand hinzugefügt und nicht gezogen hast. Deswegen kann man den Effekt der Puppe ein bisschen umgehen. So. Dann. Bop. Bop. Alles klar. Dann Draw. Was ich da wohl gezogen habe. Eine ganz, ganz komische Karte bestimmt. Eine ruminöse Karte. Ja, leg mal da rein. Das ist wirklich seine Pendeltone tot. Das wäre schon mal was. Ja, gut. Mein zweites Pendelmonster liegt sowieso schon auf dem Extra Deck. Von daher wäre das sowieso vollkommen egal. Ja, wenn du zwei hast, ist das doch egal. Bestimmt. Ja, genau. Die Frage ist, kommst du an dem vorbei? Ich aktiviere den Effekt von Weder Calacanum. Okay. Ich entferne zwölf Zellmarken von ihm, um den guten Kollegen einmal als Spezialbeschwörung zu beschwören. Nicht in die Angriffsposition. Nö, nö. Auch schade. Und selbst wenn, könnte ich halt seinen Effekt benutzen und einfach die Endphase einfach beginnen lassen, nämlich zwölf Karten vor meiner Hand, meinem Spielfeld oder meinem Frito verdeckt verbanne. Stark. Ja, aber die beiden werden nicht besonders lange bleiben, denn ich würde meinen Weder Calacanum und meinen Taro Sängermeister einmal als Tribut anbieten. Okay. Und beschwöre Amset, Ehre des Horus. Du hast auch wieder gut gezogen, ne? Kann das sein? Ich beschwöre mich nicht. Darüber war mein Zielglück. Mhm. So, und dann möchte ich gerne in die Battle-Phase gehen. Natürlich. Und greife mit Amset einmal das Monster an. Okay. Dann hast du auch meine. Horus und Herr, der an der Welle getroffen. Genau. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2. Dann werde ich noch eine Karte verdeckt setzen. Und dann beende ich meinen Spielzug. Okay. 3000. Uiuiui. Okay. Dann ziehen wir mal eine Karte. Ganz zufällig. Guck mal. Eine Puppe. Wer hätte es gedacht? Eine Puppe. Und dann, was denn beim Main-Phase sagen wir mal Kartenscanner Monster. Okay. Gucken wir mal. Das ist eine Zauberkarte. Ich habe Monster. Okay. Okay. Bei mir war es eine Zauberkarte. Die geht nach oben. So. Jetzt überlegen wir mal. Wie viele Handkarten hast du? Sechs Karten. Ach Gott, viel zu viele. Zu viel für deine Gottesverbieterin? Ja, vielleicht. Die ich nicht mal beschwören darf, weil ich ja nur eine Stufe 8 Monster habe. Ich muss ja eine Stufe 6 oder niedriger kontrollieren. Aber ich könnte ja eine Tributbeschwörung machen. Ja, das ist richtig. Wir machen jetzt einfach mal eine Tributbeschwörung. Und zwar für ein Ufolicht. Der kommt aber bitte in Ansichtsposition. Ja. Oder verdeckt in Verteidigung. Suchst du aus. Das ist richtig. Das Ufolicht möchte er beschwören. Der kann ja erst in der Endphase sein. Ja. Seinen ATK-Push halt hoch geben. Dann gehen wir auch mal in die Endphase. Ja. So, dann kommen beide gleichzeitig. Dann darf ich es mir aussuchen. Wer als Erster kommt und wer nicht. Ja. Dann würde ich erst ziehen und verbannen und dann die Puppe oben drauf legen. Alles klar. Wie viele Karten möchtest du denn verbannen? Ich muss ja mindestens 4 verbannen, damit ich über das Viech drüber komme. Genau. Zum drüber kommen, ja. Die Frage ist nur, hast du dann Erde, Feuer und Winzernis in der Hand? Das ist die große Preisfrage, ja. Ja. Mhm. Komm. Wir bannen mal einfach 4, damit wir es ausprobieren, ob du es hast. Und dann kommt sie auf mein Deck oben drauf. Alles klar. Und du bist dran. Gut. Dann Draw Face. Mhm. Standby Face. Main Face. Jetzt muss ich echt überlegen. Ich habe nur noch zwei Karten im Deck. Das ist nicht so viel. Das war die Idee, dass wir dich da hinkriegen. Ja, das habe ich gefürchtet. Willst du nicht nochmal den Kartenscanner aktivieren, Dirk? Nö, ich aktiviere meinen Bezwinger Seelenschneewirbel und zeige dir einfach nur Erde und Feuerformen, dir 1000 Punkte Schaden zuzufügen. Okay. Dann machen wir das. Ah. Ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer, die du in der Linie brauchst. Ich finde ihn ja gut. Der liegt da eigentlich ganz okay. Ja, ja. Das dort liebe ich gerne. Ja, dann würde ich ihn in die Endphase übergehen. Und weil ich jetzt gerade sieben Karten in der Hand halte, muss ich mich von einer Handkarte trennen. Das heißt, ich lege mein Lilla Wrap auf den Friedhof. Aber, und das triggert da auch noch eine Kleinigkeit. Dann triggern mal. Bin gespannt. Mit Glück passiert nichts. Wobei, nee, das darf ich sogar, glaube ich, von den Regeln her gar nicht. Dann lasse ich das mal lieber und gebe eigentlich ab. Okay. Eine ominöse Karte. Plopp. Wer hätte es gedacht. Wer hätte es gedacht. Du sagst es. Stand by Main. Dann sag ich einfach mal Kartenscanner. Ja. Und ich sage Monster. Ich habe ein Monster. Das ist gut. Ich habe ein Papillon. Kommt auf meine Hand. Bringt jetzt auch nicht so viel. Der wird nicht zerstört. Ach, ich hätte so gerne andere Karten. Aber bevor du jetzt gleich irgendwie noch so eine Bergambeterin hast, würde ich mal den guten Papillon beschwören. Ja. Dann, da er den Effekt hat, darf ich noch eine Tributbeschwörung machen. Ah, okay. Und dann würde ich nämlich zwei Sachen weg tributen. Und zwar genau ihn und sie für meine eigene. Ja. Kann man mal machen. Liegt da erstmal gut. Ja. Nur für den Fall der Fälle. Mhm. Und dann gehen wir in die Endphase. Und dann kommt sie oben drauf. Ja. Alles klar. Hopp. Gut. Dann Draw Phase. Stand by Phase. Main Phase. Ach komm schon. Was kommt jetzt? Das dürfte jetzt wahrscheinlich entscheiden. Ich normal beschwöre meinen Watt Thunfisch. Mhm. Und dann möchte ich gerne einmal in die Battle Phase gehen. Okay. Ich möchte gerne mit dem Watt Thunfisch einmal direkt angreifen für 800 Punkte Schaden. Ja. Nehmen wir. Du hast ja gesagt, du hast zwei. Richtig. Und dann greife ich mit Amset Ehre des Horus einmal deine Berganbeterin an. Ja. Für weitere 700 Punkte Schaden. Korrekt. Und jetzt kommt Okasi oder. Wenn dem mal so wäre, wäre das super. Aber ich werde in der Mainphase 2 nur eine Karte verdeckt setzen. Und dann meinen Spielzug beenden. Okay. Dann würde ich Drawn. Ja. Ganz zufällig. Ja. Und auf die Beschwerung würde ich gerne etwas aktivieren wollen. Zwingerseelen Schneewirbel. Ich zeige dir Feuer und Erde vor, um die 1000 Punkte Schaden zu erzeugen. Dann ist das leider so. Na gut. Dann war es das leider. Gut. Dann war das das erste Duell. Dann gehen wir ins zweite, oder? Ja. Dann gehen wir ins zweite. Ah, das war ein Mist aber auch. Das dritte, was mir noch gefällt, war das Fenster und das Monster. Aber die habe ich schon alle verbraten, sag ich mal. Eins war auf dem Feld, die anderen beiden lagen im Extra-Deck. Also von daher. Und mein Monster, auf das ich seit Anfang des Spiels gewählt habe, war die zweite Karte von unten. Die gute. Ah, okay. Die Tistina-Karte. Ja. Na ja. So ist es manchmal. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Das hast du jetzt gesagt. Und Marka Meier, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Displays der Rarity Collection einfach mal bestellt. Weil ich glaube, das könnte sehr interessant werden, ein paar sehr schicke Sachen rauszuziehen. Und vor allem kann ich damit mein Tauschordner ein bisschen füllen. Ist aber recht teuer, ne? Ja. Aber wir gucken mal. Hast du eine Zahl, wie viel du bestellt hast? Ja, habe ich durchaus. Aber die ist nicht so offen. Es sind nur sechs Displays. Auch nur sechs. Okay. Da bin ich mit meinen Dreiern noch ganz moderat. Ja. So, Dirk, du darfst nochmal anfangen. Ja. Und Kari, ich glaube nicht, dass Dominik zum nächsten Dienstag ein vollständiges Wattdeck mit dem neuen Support fertig bekommen wird, weil die neuen Wattkarten ja offiziell am Donnerstag erscheinen und dementsprechend alles dann gespielt werden dürfen. Korrekt. Selbst wenn wäre das schon sehr sportlich, an einem Montag das alles zusammen zu sammeln. Ja, und das ist richtig. Dann zeig mal, was du kannst, Dirk. Dann tue ich das doch mal. Was haben wir denn dafür so schöne Sachen? Hm. Okay. Ich werde zwei Karten verdeckt setzen. Das ist gut. Und dann noch nicht abgeht. Okay, dann ziehen wir mal. Zack. Ich gebe dir mal kein Futter für deine Kundinzerbete. Ach, schade aber auch. Dann Stand by Main. Und dann gehen wir mal mit dem guten IAA. Ja. Da du leider keine Felsaberkarte hast, hat er jetzt nicht so viele Effekte. Dann sitzt aber noch zwei Karten verdeckt. Ja. Und Battle Phase. Alles klar. Den Schaden nehme ich mal. Das ist gut. Kannst du öfter machen und dann bist du auch dran. Gut. Dann Tor Phase. Mhm. Stamper Phase. Ja. Main Phase. Hm. Hm. Na ja gut. Warte auf unserer Stufe 6 oder niedriger kontrollierst. Natürlich. Da mögen der Bergabieterin. Ja. Dann äh. Okay. Battle Phase. Mhm. Leider. Angriff wird der Bergabieterin. Ja. Dann bekommst du 700 Punkte Schaden. Mhm. Und dann aktiviert sich der Effekt von meinem Watt Thunfisch. Dann kommt der Watt Thunfisch. Genau. Und der geht sich auch mal für 800 Punkte direkt an. Dann ist das leider so. So. Genau. Das mit dem Einschränken auf Spezialbeschwörung von Insekten geht ja nur, wenn ich hier den zweiten Effekt mit dem Kampfposition ändern nutze. Von daher kann ich den Thunfisch auch ohne Probleme beschwören. Dann gehe ich in die Main Phase 2 und würde die beiden nochmal als Tribut anbieten wollen. Oh. Und beschwöre Amset. Ah. Da ist er ja wieder. Ja. Dann lege ich noch eine Karte verdeckt. Und dann darfst du erst mal. Jetzt wird es schwer. Gucken wir mal. Draw. Mhm. Ja. Das ist natürlich cool. Stand by Main. Einfach nur um den Leuten mal zu zeigen, was ich habe. Machen wir mal eine Pendel Scale dahin. Allerdings kann ich sie nicht benutzen, weil ich bin der Monster dafür. Oh. Aber ich wollte sie mal hinlegen. Ich habe sie endlich mal da. Ja, immerhin. Und dann bist du ja leider schon dran. Alles klar. Dann Draw Face. Sei impressed von dieser Pendel Scale. Ja, ich fürchte mich davor. Also da könnte jederzeit ja irgendwas kommen. Irgendwas der Stufe 2 bis 7, ja. Ja, genau. Ja. Dann werde ich auch nur ganz vorsichtig spielen und auch nur in die Battle Phase gehen und dich mit Amset einmal direkt angreifen. Nehmen wir. Dann beende ich meinen Zug. Okay, dann ziehen wir mal. Zack. Ha. Auf die Gefahren, dass ich Quatsch mache. Ach komm, wir machen mal alle Mechaniken Yugi machen. Machen wir mal eine Pendelfusion. Pendelfusion. Pendelfusion, genau. Eine Pendelbeschwörung. Ja. Pendelbeschwöre meinen Watt-Thunfisch. Oh. Oh. Verdammt. Einfach nur, weil ich es kann. Verdammt. Oh nein. Und der wird dich jetzt direkt angreifen. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und dann bist du mehr dran. Joe Face. Ja bitte. Standby. Main. Ach komm. Ich bin normal beschwöre. Ken den Kriegertraffen. Ja. Ach komm schon. Pendelfusion. Ja. Angriff mit Ken. Ja. Auf den Watt-Thunfisch. Für 500 Punkte. Ja. Und dann habe ich eine kleine Punktlandung. Hast du leider genau. Dauert 3000 Punkte für Amset. Dann war es das leider. Dann war es das leider. Denn der gute Harpy ist der nach Stufe 8. Ich hätte ihn so gern beschworen. Ah. Schade. Ja gut, ich hätte nur noch meinen Tau gehabt. Na gut, da wäre ich kurz am Betrin gekommen. Die hätte ich dann holen können. Ne, der wäre auf die Hand gegangen. Ja, genau. Deswegen hättest du sie nicht mehr holen können. Naja, so ist es manchmal. Hätte ich halt nur pendeln können. Das hätte ich noch machen können. Das wäre auch noch gegangen. Ja, das ist richtig. Tja. Das hätte dann sogar was gebracht. Tatsächlich nächste Runde. Hätte ich den nämlich drehen können. Nur wenn du mehr Handkarten gehabt hättest. Ach, ich muss mehr haben. Ich dachte. Ja, genau. Na gut. Dann sehe es. Aber du hast ja null. Ich hätte ja die beiden auf Hand. Dann hätte ich ihn drehen können. Siehst du, jetzt mal eine Runde gewartet, Dirk. Ja, ich war unbeduldig. Es tut mir auch leid. Es tut mir so leid. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo, da sind wir wieder. Mit dem großen Finale. Beide, so gesehen ungeschlagen. Oh. Du hast ein Unentschieden. Ich habe nur Siege. Von daher stehen wir da beide gleich gut. Aber punktetechnisch halt nicht ganz. Aber ist ja erstmal egal. Aber wir tragen das große Finale heute aus. Ja. Hast du einen angenehmen Tag. Lustige Duelle. Die ersten beiden Runden waren halt schon echt lange. Ich habe noch nie so viel Set Pass gemacht. Ja, das ist halt so das Wesen von Sneak Peek 2N teilweise. Dass du einfach nur sagst, ja ich setze einen Monster und beende. Cooles Deck aber. Hallo Kari. Ja, die Karten sind einfach auch ultra witzig teilweise. Vor allem auch für die Sneaks sind die eigentlich ganz gut. Für die Sneaks sind die echt gut. Und da kann ich mich nicht beschweren. Aber man hat sehr viel Zauber und Fallen gezogen, finde ich. Das stimmt. Also es war sehr Zauber und Fallen. Lass dich diesmal bei uns. Na ja, dann wollte ich mal sagen, steigen wir mal ein. Wir fahren mal raus, wer anfängt, wa? Ja. Gut. Oh? Ja. Eine 3. Das ist Virtual. Dann darfst du anfangen. Und dann viel Erfolg. Auf ein gutes Match. Lass uns mal noch ein bisschen Spaß haben. Immer doch. Dann fangen wir an mit Normal Summon Gen der Diamant-Tiger-Effekt. Oh, okay. Dann will ich dir einen noch. Kennen den Kriegerdrachen. Oh, beschwören. Den ganzen Herrn. Ja. Dann aktiviert sich sein Effekt und du darfst dann jetzt, weil du musst zwei Karten ziehen und eine Karte abwerfen. Kann wer schon. Dann zieh mal zwei und wirf mal eine Karte ab. Wir sehen uns irgendwie öfter im Finale mittlerweile. Das kommt schon mal vor. Vor allem in der Casual-Gruppe. Wenn wir uns dann lange nicht sägen und dann in den Finalrunden. Oh, ein Watun-Fisch. Ja. Dann gehe ich in die Battlefield. Kannst du nicht? Kann ich gar nicht machen. Schön. Uhu. Da kommt immer das Problem, wenn man anfängt. Ja. Alles klar. Dann Draw-Face. Jo. Stand-by-Face. Ja. Main-Face. Dann aktiviere ich noch als erstes mal meinen Kartenscanner. Dann aktiviere ich mal seinen Effekt und sage Monster an. Das heißt, wir zeigen die unterste Karte unseres Decks vor. Wenn es der benannte Kartentyp ist, nehmen wir sie auf die Hand. Andernfalls müssen wir die Karte aufs Deck legen. Hm. Ja. Dann fügt ihr mal die Puppe hinzu. Ach ja. Entschuldigung. Das ist nicht mal gezogen. Ja. Das heißt, die bleibt auch ganz normal auf der Hand. Ah. Ja. Dann mache ich mal weiter. Weil du eine Monster der Stufe 6 oder niedriger kontrollierst. Vermögende Berganbieterin. Schmerz. Das ist halt auch so eine absolute Bombenkarte. Dann ist wirklich mal mit dem Ken die Angriffsposition. Und möchte einmal in die Battle-Phase eintreten. Verständlich. Dann möchte ich gerne mit Ken den Kriegerdrachen einmal deinen Gen, den Diamantdrachen angreifen. Verständlich von Freunde. Ja. Aber auch Freunde können sich ab und zu mal bekriegen. Äh. Vermögende Berganbieterin direkt für 2300 Punkte. Dann gehe ich an das Ende der Battle-Phase. Dann aktiviert sich der Effekt von Ken und gibt sich auf die Hand zurück. Und Ken dann also dementsprechend in deine Hand. Und dann gehe ich in die Main-Phase 2 und werde noch eine Karte verdeckt setzen, bevor ich dann schließlich an dich abgebe. Ähm. Dann. Du bist glückziger Karte. In deiner End-Phase würde ich Flüge des Lichts aktivieren. Oh, was macht die denn? Ich darf mir ein Oberst König Drache oder Oberst König Thor der Hand hinzufügen. Oh, das ist natürlich sehr cool. Während der Main-Phase, ja. Ach ne, nur wenn der Main-Phaster, ne? Dann darf ich ja gar nicht aktivieren jetzt. Ja gut, Main-Phase 2 kannst du das ja theoretisch machen. Also von daher ist das ja in Ordnung. Dann würde ich mir den Drachen-Licht-Wurm hinzufügen. Mhm. Dann das wieder mal dran. Ja. Dann Draw-Phase. Yes. Ist jetzt gar nicht so spannend, weil ich sitze noch an der Karte. Dann bist du dran. Alles klar. Dann Draw-Phase. Stand-by-Phase. Main-Phase. Komm, ich versuche es nochmal mit dem Kartenscanner und sage nochmal Monster. Und ich habe die Alpha besprochen. Und Spielertestina bei dir. Okay. Ja, dann Stand-by, also Main-Phase sind wir ja schon. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Okay. Ich greife dich mit der Berg-Anbieterin auf. Na, der Tau-Sängermeister. Toll. Ja, dann beende ich meinen Spielzug. Ja, dann Draw-Phase. Yes. Der Tau kann ja nicht zerstört werden. Ist richtig. Ich sage, generell können Illusionsmonster keine Kämpfe beenden. Komm nicht für dich. Ja. Gut. Dann Draw-Phase. Stand-by-Phase. Main-Phase. Effekt von Kartenscanner. Ich sage Monster. Ich mache jetzt so lange weiter, bis ich ein Monster finde. Verdammt. Hohohohohohohoho. Ja, dann. Battle-Phase. Das verreckte Monster. Nochmal. Ah, die Puppe. Okay. Gut. Dann Main-Phase 2. Und End-Phase. End-Phase. Effekt der Puppe. Sie legt sich aufs Deck zurück. Ja. Dann Draw-Phase? Ja. Wer hat das gedacht? Ja. Dann... So, müssen wir mal gucken, wie viele Punkte der Monster bekommt. Achso. Ich habe 12 Karten. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 300 Punkte. Mächtig. Dann bist du dran. Alles klar. Draw-Phase. Step-by-Phase. Main-Phase. Effekt von Kartenscanner auf Monster. Ah. Tau, Sängermeister. Gut. Dann... Wie viele Anerkarten hast du? Ich habe 6. 6 Karten. Hm, ich habe 7 Karten. Ich switche mit der Back-Arbeiterin in die Verteidigungsposition und aktiviere ihren Effekt und ändere jetzt die Kampfposition aller Monster auf dem Spielfeld. Jo. So, außerdem werden alle anderen Insekten zur selben Eigenschaft und Stufe wie diese Karte, aber da ich keine anderen Insekten habe, außerdem kann ich für den Rest des Spielzuges nur noch Insekten beschwören, aber da ich keine weiteren Spezialbeschwörung geplant habe, entfällt das. Von daher gehe ich jetzt in die Battle-Phase. Mhm. Und greife einmal deine Brautpuppe an für 2300 Punkte Schaden. Jo. Dann gehe ich in die Main-Phase 2 und aktiviere mal mein Watt Königreich. Okay. Die ist im Moment uninteressant, außer du beschwörst derzeit ein Monster in die gleiche Spalte wie das Watt Königreich. In dem Fall dürftest du dann die aktivierten Effekte, die bei der Beschwörung des Monsters kommen würden, nicht aktivieren. Okay. Gleich ist halt, wenn ich ein Wattmonster in der Spalte liegen habe, dann dürftest du das genauso wenig bei deinem Monster machen. Ah, ist gut. Gut, dann bist du dran. Danke auch total. Ja. Achso, musst du die Puppe noch aktivieren in der Endphase? Ich habe sie jetzt immer vergessen. Ja, du hast ja die Karte noch in der Hand, die du gerade gezogen hast. Von daher legst du sie dann noch wieder zurück. Genau. Dann heißt, du legst sie aufs Deck zurück, dann ziehst du jetzt die Puppe und beschwörst sie. Genau. Ich habe einfach die Puppe vergessen. Kein Problem, alles gut. Schwierig. Dann setze ich an der Karte verdeckt. Ja. Dann setze ich noch an der Karte verdeckt. Oha. Und ich drehe. Alles klar? Ja. Dann bist du dran. Dann Draw Face. Hm. Stand by Face. Und Main Face. Ach komm. Kartenscanner-Effekt für Monster. Ah, Tarei. Oh. Jetzt wird es interessant. Ah, das ist aber in Ordnung. Dann, 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 dann. Jetzt muss ich das wohl geschickt machen. Du hast noch 2,9 Leben. Okay, kriegen wir hin. Ich switche mit der vermögenden Berkanbieterin in die Verteidigung, aktiviere ihren Effekt und ändere die Kampfposition aller Monster. Gut. Dann gehe ich jetzt in die Battle-Phase und greife mit der Berkanbieterin deine Puppe an für 2300 Punkte Schaden. Und dann aktiviere ich meine verdeckte Bezwingerseelen-Schneewirbel, falle und zeige dir ein Finsternis und ein Erdemonstervor, um dir nochmal 1000 Punkte Schaden zuzufügen und dann reicht das auch schon. Ja. Gut. Dann gehen wir in Game 2. Ach, die Erbiterin. Die ist eine böse Götte. Ja, doch, doch, doch. Die kann sehr gut herkommen. Das Wett wird spannend, mein Wett nicht. Wie hast du dann die ersten Runden alle gut bestritten? Indem ich mit 25 Karten spiele. Ah. Okay. Das hatte ich auch eine gute Strategie. Ja, und die erste Runde hat sich mein Gegner selber gedeckt out. Dementsprechend. Ja, okay. Naja, gut. Das ist aber so ein gewisses Risiko, wenn man sich gut verteidigen kann mit den eigenen Karten, dann kann es natürlich auch schon mal darauf hinauslaufen, dass sich dann einer auf Deckout halt ausspielt. Ja. Auch eine durchaus valide Strategie bei Sneak-Peak-Events. Ja, ich habe auf der ersten Sneak gelernt, man soll mehr als 20 Spielen setzen. Ja. So, wer soll denn anfangen? Ah, ich fangen. Alles klar. Dann viel Erfolg. Jo, gleichfalls. Dann aktiviere ich Flügel des Lichts. Ich darf mal wieder einen Drachen halten. Ja. Ein Oberster König Drache oder Oberster König Tor-Monster. Ich schützt trotzdem auf einmal. Mhm. Man weiß ja nie. Könnten Dinge passieren. Nein, leider nicht. Dann setze ich eine Karte, noch eine Karte und dann bist du da. Ja. Dann Dropface. Standby. Main. Boah. Ich setze eine Karte und beende meinen Spielzug. Okay. Dann setze ich eine Karte. Ja. Dann setze ich eine Karte. Mhm. Angriff auf die IAA mit der Werkanbieterin. Ich war ja die ganze Zeit überlegen, mache jetzt einfach nur Set Pass und zögerst raus, aber so macht es ja auch keinen Spaß. Ja, das ist richtig. Dann Battleface. Angriff. Okay. Gut. Dann Angriff auf die IAA mit der Werkanbieterin für 700 Schaden. So. Zick. Dann Main Phase 2 und Endface. Nudendorfer. Mhm. Oh Gott. Schön. Timing. Ja. Töne ich hier nochmal liegen. Ne. Eine Karte. Okay. Dann nochmal beschwöre ich den Watthunfisch. Oh. Ja. Oh. Du überlackerst die beiden sogar. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Oh. Sternenbecher Ritter. Ah. Auf die Beschwörung will ich kein was aktivieren wollen. Ja. Ich aktiviere Bezwingerseelen Schneewirbel und ich zeige dir ein Feuer, ein Erde und ein finsternes Monster vor. Und da geht das Board. Ja. Ich zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld und füge dir zusätzlich noch 1.800 Punkte Schaden zu. Ach, warum nicht? 1,8 war da noch? Ja. Genau. Zack. Ich muss nochmal kurz was lesen. Für diese Befriedenschaft gefunden, dass er die Spur zu sehen ist. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anlackig, aber dann bist du dran. Alles klar. Dann Draw Face. Stand by Face. Und Main Face. Ich setze ein Monster und gebe eigentlich ab. Ja. Dann setze ich ein Monster und du bist dran. Alles klar. Dann Draw Face. Stand by Face. Main Face. Ich nochmal beschwöre. IAA. Invasive Außerirdische Art. Dann gehe ich in die Battle Face. Ich greife mit IAA an. Oh, den Papillon. Gut. Dann Main Phase 2 und End Face. Dann du aufgeteilt. Dann setze ich an der Karte. Ja. Dann bist du dran. Oha. Draw Face. Stand by. Main. Jetzt kommt meine Lieblings-Kumbo auf der Sneak. Schwarzes Loch. Nee, das ist tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich nicht, aber ich finde, also wenn man es halt richtig gespielt hat in den anderen Matches, dann kannst du halt wirklich 4000 Punkte Schaden im Einzug durchführen. So macht das ein bisschen weniger. Ich normal beschwöre meinen Battoonfisch. Okay. Dann gehe ich in die Battle Phase. Ja. Ich greife mit dem Battoonfisch nicht direkt an für 800 Punkte Schaden. Ja. Dann aktiviert sich der Effekt von Battoonfisch. Ich kann jetzt ihn und einen Nicht-Empfänger-Monster als Tribut anbieten, um dann einen Battoon-Synchro-Monster als meinem Exilect-Spezial zu beschwören, dessen Stufe der so bei der Stufe der geopferten Monster entspricht. Hier war wichtig, es hat keine reguläre Synchro-Beschwörung, das sind die Materialanforderungen aber auch nicht ganz so wichtig. Deswegen kann ich jetzt meinen Batky-Yuki-Spezial beschwören und dich jetzt nochmal mit 1600 Punkten direkt angreifen. Ja, ne? Also, die hätte ich mir die Karten nochmal durchgelesen, hätte ich das vielleicht heute auch machen können. Gut zu wissen. Ja. Dann gehe ich in die Main-Phase 2 und in die Endphase du bist. Und dann ist ich? Mhm. Du, ich geh jetzt auch nicht weiter. Schwierig. Ach, der kann immer direkt angreifen, ne? Schwierig. Oh, ich schwier auch. Ne, der hilft mir leider nicht. Oh. Ich gucke einfach das. Ja, guck ich das alle Monster, was ich jetzt brauche. Ja. Unlucky. Okay. Dann muss ich Setup machen und ich gerne mal tun. Alles klar. Dann Draw-Face. Standby-Face. Main-Face. Ja. Dann. Battle-Face. Ja. Angriff mit dem Kyuki. Dann ist der glaube ich gleich deins. Ach komm, jetzt kriegst du doch so ein Monster-Top-Deck oder so. Ja, schön wäre. Dann beende ich mal den Zug. Wo ist die Suchkarte? Ne. Leider nein. Ich kann leider gar nichts machen. Oha. Dann ist das leider deins. Ui, das ging ja sehr schnell. Na gut, dann. Schwierig. Draw-Face. Standby-Face. Main-Face. Ach komm, ich gebe dir noch eine Chance. Ich aktiviere Kartenscanner. Oder wolltest du nicht? Ja, können wir machen. Ja, okay. Dann versuchen wir es. Ich aktiviere den Effekt von Kartenscanner und sage Monster. Hättest du nicht eine Extra-Zone liegen können? Habe ich mir auch gedacht, aber dann auf der anderen Seite. Ich habe die Karte halt selbst auf der Hand. Ja, ne, dann ist das. Ja, dann. Ach komm, du ziehst jetzt gleich eh die Karte. Dann hilft dir das sowieso nicht weiter. Ja komm, was quälen wir uns? Dann spielen wir das dritte Spiel einfach nochmal so aus. Battle-Face. Ja. Angeführt in Sex. Und dann gehen wir einfach nochmal aus Spaß in Game 3. Soll sich ja nochmal lohnen am Ende. Uuuuh. Na gut, du bist vielleicht mit dem auch so oft, dass ich hier gehen kann. Ja, das vergessen halt einige, dass man quasi durch eine Spezialbeschwörung, aus dem Extra-Zoneck halt die Materialbedingungen quasi ignorieren kann. Ah, okay. Deswegen, also wenn du das regulär als Synchrobeschwörung beschwören wollen würdest, was ja auch tendenziell machbar ist, dann musst du natürlich die Materialanforderungen halt erfüllen. Aber durch diese indirekte Beschwörung umgehst du das quasi so ein bisschen. Okay. Das kennt man vielleicht schon, wenn man ein super starker Samurai spielt. Da gibt es ja den Kampfball. Und der Kampfball macht das ja effektiv halt mit dem gegnerischen Monster. Deswegen spielt man auch gerne halt sowas wie ein Jizu Kiro. Legt den halt dem Gegner rüber. Normalbeschwörung Kampfball auf die eigene Spielfeldseite. Und dann nimmt man einfach den gegnerischen Jizu Kiro zusammen mit dem Kampfball, um halt dann den Dampf zu König zu beschwören. Okay. Und so kann man das dann halt quasi umgehen. Also wichtig ist halt, du beschwörst den halt über den Effekt aus dem Extra-Zoneck und nicht regulär als Synchrobeschwörung. Deswegen ist das noch ein bisschen was anderes. Ich kenne mich mit Synchro leider nicht so aus, als nur Link- und Expoisierspieler. Ja, kein Problem. Deswegen hatte ich auch so die ganze Zeit überlegt, wie komme ich auf den drauf? Ich habe die Sachen, aber wie? Ja, ja. Und da hatte raus stehen noch einen Donner-Nichtempfänger. Ja, genau. Wo gut zu wissen. Ja. Du bist übrigens nicht der Einzige, den ich auf diese Art heute erleuchtet habe. Außer du hast noch mal eine Extra-Deckkarte in deinem Stapel drin. Ey. Den bräuchte ich noch mal. Gut. Wer sollte denn das dritte Duell anfangen? Ich lerne nicht aus Fehlern, also fange ich an. Alles klar. Da weige ich mich wählen mitgegen. Na, ich hätte mich nicht weig. Egal. Ja. Ich setze eine Karte. Ja. Und aktiviere Flügel des Lichts. Ja. Gönn dir. Sehr gut. Ich muss gelöschen. Nichts von den Google-Sachen auf die Hand. Ah. Ja, aber die Alien-Karte hat mich auch schon darüber zum Nachdenken gebracht, ob ich mir die für casual ein Alien-Deck baue. Hm. Warum auch nicht. Da bist du dran. Alles klar. Ja. Dann Slow-Face. Stand-by-Face. Und Main-Face. Ja, komm. Ich wage es mal Normalbeschwörung IAA. Und dann möchte ich in die Battle-Phase gehen und mal direkt mal angreifen. Oh, deine Puppe. Oh, die kostet mich sogar 500 Lebenspunkte. Ja. Ja. Das ist natürlich stabil. Mal überlegen. Ähm. Dann setze ich eine Karte verdeckt. Ja. Und dann gehe ich in die Battle-Phase. Ja. Mit der Berg-Anbieterin einmal auf deinen Alien. Gut. Dann kriege ich 700 Punkte Schaden. Autsch. Und dann bist du dran. Alles klar. Dann Slow-Face. Stimper-Face. Main-Face. Ich werde ein Monster ersetzen und eine Karte verdeckt. Und dann gebe ich an dich ab. Dann ziehe ich eine Karte. Dann. Oha. Der geht aber dann noch 6 zurück. Ach. Ah, das schöne Uferlicht. Ich will nicht drüber reden. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Ja. Mit 2.000 Euro. Dann greifst du meinen Taro-Sängermeister an. Verdammt. Der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ja. Äh. Ja, dann End-Phase. Alles klar. Dann Tor-Phase. Stimper-Face. Stimper-Face. Main-Face. Und. Main-Face. Du Off-Face. Was? So spielen wir das jetzt also. Ja. Äh. Dann noch mal habe ich für euch kenn. Und würde gerne, gerne aktivieren, um kenn. Ja. Aus meinem Deck auf meine Spielfeld-Seite zu rufen. Cari feuert dich auch schon an. Vergebens. Gut. Dann aktiviert sich der Effekt von Ken. Genau. Du musst jetzt zwei Karten ziehen und eine Karte abwerfen. Wow. Willi? Die Dark World-Spieler werden sich freuen. Dafür sind die also. Ja, genau. Schon die ganze Zeit überlegen gewesen. Nie verstanden, wofür man die braucht. Ja. Du spielst einfach dreimal Gen und einmal Ken und dann Feuer frei. Darf ich den Missgang mit Tristan ab? Mhm. Ja. Dann fange ich die Battle-Phase an und beende die Battle-Phase auch wieder. Gut. Dann gehen Ken und Ken wieder zurück auf die Hand zurück. Und dann bist du dran. Alles klar. Dann Draw-Phase. Stampy-Phase. Main-Phase. Und... Main-Phase. Und wo? Ja. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo damals so ein Geister-Sensen-Mann hier auch immer quasi gelegen hat und immer keiner dran vorbeikommt. Scheiße, der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Was mache ich denn jetzt? War eine gute Karte. War eine gute Karte. Und sowas kommt halt wieder. Da kopiere ich dich jetzt mal mit meinen sieben Handkarten. Verdammt, du hast doch wieder Handkarten. Nein! Okay. Dann wird er eingefriedet in die Verteidigung. Ja. Und er in Angriff. Und dann würde ich einmal angreifen. Gott, dann kriege ich 1100 Punkte Schaden. Dann Main-Phase 2. Ja. Dann normal beschwöre ich Ken. Ja. Dann gib dir Gen. Dann musst du deine Karte abwerfen. Wow, jetzt zwingst du mich aber ganz schön hier in die Bredouille. Dann würde ich mich hier von meinem Lilla-Rap trennen. Dann bist du dran. Alles klar. Dann... Hätte ich vielleicht vorher machen. Claw-Phase. Stand-by-Phase. Main-Phase. Hehehe. Oh no. Die lachen wir nicht. Ich biete mal meine beiden Monster als Tribut. Das ist normal, ne? Das ist egal. Ich überschwöre Ufolicht. Gott. Das wäre übrigens auch dumm. Ja, wobei, ne, ist eigentlich okay. Das passt schon. So, da möchte ich gerne in die Battle-Phase gehen. Ja. Und da möchte ich gerne mit Ufolicht einmal Ken angreifen. Für 200 Punkte Schaden. Kann ich verkaufen. Gut. Dann Main-Phase 2. Und dann gehe ich in die Endphase und aktiviere den Effekt von Ufolicht. Das heißt, ich ziehe jetzt eine Karte und verbanne mal eine beliebige Anzahl Karten. Mindestens eine muss ich aber verbannen. Und für jede Karte, die ich verbannt habe, bekommt er dann 500 Angriffspunkte permanent oben drauf. Das heißt, ich ziehe eine und verbanne mal die beiden Karten. Das könnte ich auch machen. Stimmt, ja. Tschin, 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 tschin. Gut. Tja. Dann bist du dann. Ist das die Anerkarte? Ist das die Anerkarte? Ist das die Anerkarte? Überraschung, Überraschung. Dann... Ist das die Anerkarte? Ja. Das sind zwei weiter. Ja. Und du bist da. Alles klar. Dann Tor-Face. Stand-by-Face. Main-Face. Dann nochmal beschwöre ich Ken den Kriegerdrachen. Dann möchte ich gerne in die Battle-Face. Ja. Ich greife mit Ufo-Licht einmal deine vermögende Berganbeterin an. Donnie Feuerhahn. Und mein Ken möchte einmal dein verdecktes Monster angreifen. Na toll. Gut. Dann End-of-Battle-Face. Effekt von Ken. Er geht auf die Hand zurück. Und dann... Gehe ich in die Main-Phase 2. Und dann anschließend in die End-Phase. Und du bist da. Und dann Off-Battle. Ich setze eine Anerkarte und du bist da. Alles klar. Draw-Face. Stand-by-Face. Main-Face. Das ist super. Ich nochmal beschwöre, Bad Toonfish. Dann möchte ich gerne in die Battle-Phase eintreten. Mhm. Dann greife ich dich mit dem Watt Toonfish einmal direkt an. Jo. Dann aktiviere ich den Effekt von Watt Toonfish. Und biete ihn zusammen mit Tarai als Tribut. Ich dachte, ich geh doch von der Hand. Ja. Und beschwöre Watt Kiyuki. Ja. Und Watt Kiyuki kommt dich nochmal für 1600 Punkte direkt besuchen. Das wäre nicht ein Ende. Kannst du nichts gegen machen. Verdammt. Ja. Und Ufo-Licht möchte ich nochmal das verdeckte Monster attackieren. Na, noch ein Tau-Singer-Meister. Okay. Von mir aus. Ich mag die Battle-Phase nicht. Gut. Dann Main-Phase 2. Und... Dann möchte ich in die End-Phase gehen. Jetzt will ich gerade überlegen. Hätte er überhaupt seinen Effekt gehabt, weil er einfach König möchte... Du aktivierst den Effekt ja nicht. Deswegen... Okay. Nicht zerstörbar, Effekt ist ja permanenter. Alles klar. Dann zieh ich an der Karte? Ja. Dann normalbeschwöre hin. Ja. Geh in die Bände-Phase. Ja. Und 1-6. Dann werden beide zerstört. Ja. Ist dann leider so. Aber dann bist du dran. Alles klar. Dann Door-Phase. Stand-by-Phase. Main-Phase. Und... Ja, super. Jetzt stehen wir hier und gucken, was so passiert. Ja, so ist das vorher auch die ganze Zeit gelaufen. Mhm. Deswegen dachte ich, ich bin verwundert, dass ich so weit oben bin. Na gut. Dann beende ich meinen Spielzug. Es kommt dir jetzt wahrscheinlich zugute, dass du 25 Karten spielst und ich nur 20. Das richte ich denn nicht mehr nochmal. Okay. Dann Door-Phase. Stand-by-Phase. Main-Phase. 5.400 Punkte, kriege ich die noch irgendwie runter. Also nicht mit der Verteidigung halt. Tja. Dann beende ich meinen Spielzug. Sonst nicht. Ich kann auch leider wirklich nichts anderes machen. Er hat alles zu passen. Gut. Dann Door-Phase. Stand-by. Main. Ja, komm. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Ich aktiviere Kartenscanner und aktiviere den Effekt und sage Monster. Okay. Kein Monster für mich, aber eins für dich. Dann beende ich meinen Spielzug. Ich nehme da an und ziehe. Schwierig. Mhm. Die Sache ist. Jetzt müsstest du den Effekt vom Toolfish einmal lesen. Kann ich nur ein Monster für ihn verwenden oder kann ich auch noch mehr Monster um auf die Stufe dann zukommen. Du kannst auch mehr Monster, wenn du so steht da drin. Du kannst ihn als Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster von Hand oder Spielfeldseite verwenden, um dann das Synchro-Monster zu rufen. Ist ein Stufe-Achter, ne? Ja. Dann nochmal beschwore ich den über Toonfish. Ja. Gegen die Battleface. Ja. Mit 800 direkt. Den Schaden muss ich dann leider mitnehmen. Dann aktiviere ich seinen Effekt. Ja. Und gebe mit weg die Bahn. Ja. Das kann man machen. Und dann kommt der Kiyuki. Was mir eigentlich nicht viel bringt, weil du da noch ein Monster hast, das nicht selber am Hoch bufft. Ja, das ist richtig. Ich wollte es jetzt einmal ausprobieren. Und dann will ich den nochmal mit 1,6. Ja. Den Schaden nehme ich dann auf. Dann bist du dran. Okay. Dann Doorface. Standbyface. Mainface. Dann aktiviere ich den Effekt von Kartenscanner und sage Monster. Zauberkarte, ich habe ein Monster. Oh ja. So, jetzt kann der Spaß beginnen. So, wie viele Handkarten hast du? Ich habe drei. Das ist perfekt. Ich habe es geworfen. Ich spezialbeschwöre meine vermögende Bergarbieterin, weil du einen Monster schon für sechs oder niedriger kontrollierst. Dann switche ich mit dem UFO-Licht in die Verteidigung. Ja. Dann kommt der Effekt von der Bergarbieterin und ich ändere die Kampfposition aller Monster auf dem Spielfeld. So, du hast noch 5400 Lebenspunkte. Ja. Ich darf nichts mehr Spezialbeschwören. So, ich mache, wenn ich damit angreife, da maximal 1100. Der hat jetzt gerade 2500. Das heißt, er sind auch mal 1300. Also, ich komme auf 2400 Punkte maximal, wenn ich den Tao zweimal angreife. Das bringt nicht so viel. Deswegen gehe ich in die Battle-Phase. Mhm. Und greife mit 2300 Punkten einmal den Watkiyuki an, um den loszuwerden. Und mit dem UFO-Licht attackiere ich dann den Tao-Sängermeister, um dir zumindest noch mal 1300 Punkte Schaden zu verfügen. Ja. Dann Main-Phase 2. Setze ich noch ein Monster. Und lege noch eine Karte verdeckt und dann bist du dran. Ich hätte das jetzt nicht die Werkbeterin sein können. Schwierige Positionen gerade. Egal wie ich die drehe, du drehst mir die wieder. Das ist richtig. Ah, schwierig. Warum seid ihr an der Stufe 3? Ach genau, jetzt ja. Wie viel losgekettet, damit man keine guten Expozies hat. Ich würde in die Battle-Phase gehen. Ja. Mit 1,5 auf deine Verdeckung. Dann besuchst du einmal meinen Kennen den Kriegerdrachen für 50 Punkte Schaden. Mach kaum, ey. Egal. Dann drehe ich Main-Phase 2. Dann aktiviere ich seinen Effekt, End of Battle-Phase. Dann gehe ich in die End-Phase und aktiviere UFO-Licht-Effekt. Ja. Ich ziehe eine Karte und ich verbanne einen. Gut. Damit bekommt ihr 500 Punkte mehr. Alles klar. Dann... Draw-Phase. Ja. Stand-by-Phase. Und... Main-Phase. Wissen... Karten, wie man will. Ne. Ich switche erstmal meine beiden Monster in die Verteidigung. Achso. Den darf ich da natürlich... Ja, okay. Dann... Das könnte jetzt eng werden. Ne. Das mache ich noch nicht. Ich aktiviere den Effekt von... Aktiviere ich den Effekt? Verdammt. Das ist natürlich doof. Warte mal. Das sind... Zwei... Vier... Ja, das könnte sogar passen. Äh... Ich aktiviere den Effekt vom Vermögen der Berg-Anbieterin und tausche wieder die Kampfposition aller Monster auf dem Spielfeld. Dafür darf ich hart für den Rest des Spielzuges keine Monster mehr spezialbeschwören. Das ist aber auch in Ordnung. Dann... Normal beschwöre ich meinen Watt Thunfisch. Okay. Dann möchte ich in die Battle-Phase gehen. Ich greife ja nicht zunächst mal mit 800 Punkten direkt an. Dann greift die Berg-Anbieterin den Tau an für 1100. Dann der Effekt... Da greift ufuhrlich den Tau ebenfalls an für 1300. Dann kommt... Ne. Kannst du aber an. Ist ja gelockt. Genau. Ich kann halt den Effekt von Thunfisch nicht mehr benutzen, weil ich halt durch die Berg-Anbieterin gelockt bin. Ich weiß nicht, ob ich sowieso nur einen Kyuki habe. Von daher ist das sowieso egal. Aber... Ich aktiviere mit Zwingerseelen Schneewirbel. Und zeige dir in dem Fall mein Finsternis-Monster vor für 400 Punkte Schaden. Ja. Okay, tschüss. Alles gut. So, und dann... Beende ich meinen Spielzug. Damit ich in der Endfest sein Effekt aktive. Ja. Dann ziehe ich meine Karte und werfe drei Stück weg. Ja. Dann kriegst du drauf. Ja, ist er ordentlich. Ist er bei 3500 Punkten. Ja, dann bin ich drauf. Ja. Ich hoffe es. Mhm. Ich weiß nicht, dass wir zwingen, was du ja nicht bezahlen solltest. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Das wird jetzt echt noch eine enge Kiste, ey. Halleluja. Ne, wird es leider nicht. Erledigst du mich jetzt? Na, du mir erklärst wie gerne. Ich hab leider nicht, wo ich dich erledigen könnte. Der hat jetzt gerade... 3500. Ja. Ich hätte die in Defense lassen sollen. Egal. Gehe ich in die Battleface. Ja. Greif mit ihm den Wattpumpen an. Ja. Dann krieg ich 2700 Punkte Schaden. Ich hatte einfach noch die. Egal. Heute ist nicht mehr da. Logisch denken ist nicht einfach. Ja, das ist manchmal auch nicht so ganz einfach. Vor allem mit vielen neuen Karten. Dann muss ich leider abgeben. Okay. Das war's. Drawface. Standbyface. Mainface. Klar, natürlich ziehe ich mein letztes noch finsternes Monster. Ich aktiviere mit Zwingersäle Schneewirbel. Mach dir nochmal 400 Punkte Schaden. Aus Interessefragen. Ja. Den Karten-Scanner dürftest du jetzt aber auch nicht mehr aktivieren, weil du keinen Deck hast. Genau. Deswegen kann ich ihn jetzt nicht mehr benutzen. Aber was ich jetzt einfach machen kann, ist in die Battle-Phase eintreten und mit UFO-Licht einmal den Taro angreifen. Ja. Dann kriegst du den restlichen Schaden. Okay, hätte da auch nichts gebracht. Ne, ne. Schade. Ja. Ich hatte aber auch echt nur noch Zeug in der Hand. Ja. Ah. Ja. Schwierig. Gut. Damit beschließen wir dann auch das letzte Match der Core-Booster-Premiere zu Age of Overlord. Falls euch die ganzen Matches gefallen haben, geht nochmal ein Like da lassen, ein Abo nicht vergessen und bei unseren anderen Streams und Videos wieder einschalten. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Eins. Mach. Mach. Zuflager. Mach. 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 Vielen Dank.